Musik Herzlich willkommen zu Sie haben die Wahl Ihrer Berichterstattung der Bürgersender aus Niedersachsen hier live aus dem Landtag zu den Landtagswahlen 2013. Ja und wir begrüßen Sie aus dem Niedersächsischen Landtag hier in Hannover und wir begrüßen alle Zuschauer von TV 38 aus dem Großraum Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und natürlich auch von O1 in Oldenburg und unsere Zuschauer hier vor Ort von H1 Fernsehen aus Hannover. Und Sie erwartet heute Abend natürlich alles rund um den Ausgang der Wahl. Zwei Stunden lang live aus dem Niedersächsischen Landtag. Sie können sich bei uns neben natürlich den Hochrechnungen, den aktuellen, vor allem über die Direktkandidaten, wenn sie dann ausgezählt sind, aus den Wahlkreisen freuen. Die gibt es nur bei uns bei H1 Fernsehen. Diesmal hängt ja ganz viel an ein paar Prozentpunkten FDP oder Linke. Schaffen Sie es im Landtag, ja oder nein? Und wer wird der nächste Ministerpräsident unseres Landes? Das sind die Fragen der nächsten zwei Stunden. Aber auch eine Frage, die uns beschäftigt, die jungen Wähler, die zum ersten Mal an die Wahluhren treten im ganzen Land. Sie treten das erste Mal an die Wahluhren mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Erlebnissen und vor allem auch die Frage, warum wähle ich und wähle ich überhaupt? Allein schon, dass jeder Bürger eine Stimme hat und wenn man die einfach verschwendet, ich meine, es ist halt keine große Sache, wenn man eben zehn Minuten hingeht und einmal wählt. Man denkt immer, eine einzelne Stimme kann halt nicht viel bewirken, aber wenn halt ziemlich viele Leute das denken, summiert sich das halt auf. Also für uns ist ja wichtig, als jüngere Leute die Studiengebühren, denke ich, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ja, auch so die Arbeitslosenzahl, das sind so die Themen. Eigentlich sollte ich schon hingehen, aber das Problem ist, dass ich im Moment nicht so viel Zeit habe und mich nicht so damit beschäftigen konnte, wer jetzt wirklich, für wen ich wirklich wählen sollte. Und ich möchte jetzt meine Stimme dann auch nicht irgendwem geben, bei dem ich mir gar nicht sicher bin, ob er das vertritt, was ich für gut halte. Ich finde es wichtig, es geht ja an Saale was an und mich auch, also gehe ich da wählen. Ich bin nicht direkt für eine der Parteien, die zur Wahl stehen, aber ich denke, ohne Opposition wird das nicht ganz klappen, auch wenn gewisse Parteien nicht ganz meiner Meinung entsprechen. Und daher werde ich wahrscheinlich wählen gehen. Das ist ja unser Mitbestimmungsrecht und das sollte man auch wahrnehmen, denke ich. Ich denke, wenn man nicht wählen geht, dann steuert man ja auch nichts dazu bei, dass sich was ändert. Die Piraten würde ich wählen gehen. Und wieso? Ich finde die cool, einfach, die treten so nicht so langweilig auf. Also ich gehe wählen, weil wir das in der Schule hatten und früher hatte man halt sein Wahlrecht nicht und ich finde, man sollte, wenn man die Chance dazu hat, sein Recht nutzen. Und jeder Einzelne kann was ausmachen, deshalb gehe ich wählen. Ja, die jungen Wähler. Hier zu Gast haben wir einen nicht mehr jungen Wähler, sondern einer, der vielleicht von den jungen Wählern gewählt wurde. Es ist Enno Hagener von den Grünen Niedersachsen. Und ich frage ihn, wie kommt man denn an junge Wähler ran? Indem man Politik für junge Leute macht, indem man an die nächste Generation denkt, bei den Schulden, bei der Umweltpolitik, aber auch bei der Ernährung, bei der Energiepolitik. Das sind eigentlich alles auf die Jugend ausgerichtete Programme der Grünen. Haben Sie noch ein Extra-Programm, wo Sie sagen, das ist für Jugendliche zugeschnitten, da sagen Sie, nur die Politik macht das? Naja, also die Grüne Jugend ist, glaube ich, ein sehr starker Teil des Grünen Landesverbandes und macht auf eine spezielle Art und Weise Wahlkampf, macht auf eine spezielle Art und Weise Politik. Auch nicht immer bequem für die sogenannten Altgrünen. Und an denen wird deutlich, erstens daran, dass sie auch immer mit mehr Leuten in den Parlamenten vertreten sind und auch immer mehr ihrer Inhalte in unsere Gesamtprogrammatik Einzug halten, dass die jungen Leute bei uns ein ordentliches Wort mitreden. Herr Hagener, Sie treten ja nicht mehr an für eine weitere Legislaturperiode, aber Ihre langjährige Mitarbeiterin Marit Westfeli, die tritt im Wahlkreis Hannover Mitte an. Haben Sie der was mit auf den Weg gegeben? Naja, sie hat, denke ich, die Politik von der Pike aufgelernt, indem sie sowohl Ratspolitik, da im Fraktionsvorstand sogar jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, dass sie auf Landesebene eben alles mit begleitet hat. Ein besserer Start in ein Landtagsmandat ist gar nicht denkbar und sie wird sicher im nächsten Parlament vertreten sein, wenn ich die Umfragen zur Prognose jetzt richtig deute. Werden wir ordentlich zulegen. 5% von 8 auf 13 oder sogar 13,5 ist jetzt die Prognose. Wäre sensationell für Grünen. Eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Und insofern auch ein toller Start für Marit Westfeli. Ja, und auch eine Auffrischung. Sie steht auf der Landesliste auch weit vorne. Also das könnte durchaus reichen. Knapp wird es heute allemal. Wir haben das gesehen, es sieht, wie es auch die Hochrechnungen oder die vorherigen Umfragen gezeigt haben, sehr eng aus und so bleibt es auch. Herr Hagener, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch mit Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und wir sehen noch einen spannenden Wahlkampf heute, einen Wahlausgang heute Abend und gucken jetzt aber erstmal, was Björn Bertram vom Landesjugendring sagt, wie junge Wähler für Politik mobilisiert werden. Das Gespräch haben wir am Freitag aufgezeichnet. Herr Bertram, wie setzen sich Jugendverbände ein, um Politik und junge Menschen zusammenzubringen? Ja, der Kontakt zwischen jungen Menschen und Politik ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir haben deswegen jetzt im Vorfeld der Landtagswahl sowohl auf der Landesebene als auch mit vielen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten vor Ort jugendgerechte Veranstaltungsformate durchgeführt, die genau dazu beitragen sollen, dass Jugendliche Politik auch mal anders erleben können, als es vielleicht üblicherweise der Fall ist und auch ihre eigenen Anliegen mit Politikerinnen und Politikern besprechen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass junge Menschen die Gelegenheit haben müssen, dass Politiker auch für sie persönlich da sind, sich für ihre Interessen einsetzen, interessieren und Jugendliche ernst nehmen. Wie schätzen Sie das ein, was für einen Stellenwert haben Jugendpolitik bei Parteien? Wir hatten in der vergangenen Legislaturperiode ein sehr gutes Verhältnis zu den jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern aller fünf Landtagsfraktionen. Und es ist uns auch gelungen, in die Wahlprogramme die ein oder andere jugendpolitische Forderung des Landesjugendrings mit einfließen zu lassen, sodass wir da durchaus positive Entwicklungen auch bei den Parteien in den letzten Jahren feststellen konnten. Nichtsdestotrotz spielen natürlich häufig andere Dinge im Wahlkampf eine größere Rolle, sicherlich nicht zuletzt auch deswegen, weil Jugendliche ja auch keine Wählerinnen und Wähler sind. Beim Wahlausgang, um welche Themen geht es da bei Jugendlichen? Für Jugendliche ist sicherlich die Frage nach der Verkürzung der Schulzeit von 13 auf 12 Jahre bis zum Abitur nach wie vor ein großes Thema. Durch die Verkürzung der Schulzeit kam es da sehr häufig zu Verdichtungen, zu sehr vollen Stundenplänen, was wiederum dazu geführt hat, dass junge Menschen immer weniger Freizeit haben. Umgekehrt natürlich auch das Thema Studiengebühren, ein ganz wichtiges Thema, gerade für junge Menschen, die studieren. Und sonst all das, was direkt mit der Lebenswelt junger Menschen zu tun hat, die direkte Möglichkeit, sich einzubringen, zu beteiligen, was mit digitalen Medien zu tun hat, Internetzugänge auch im ländlichen Raum und solche Themen. Wie kann man ein ganz schwieriges Thema Jugendliche wieder stärker für Politik interessieren? Ja, ich glaube vor allem, indem man Kontaktmöglichkeiten schafft und indem man Politik auch verständlich macht. Klar, ganz viele von den Dingen, die beispielsweise im Landtag besprochen werden, sind hochkomplex und ja selbst für viele Abgeordnete nicht immer zu 100 Prozent zu durchdringen. Und da darf man, glaube ich, Jugendlichen auch gar nichts vormachen, zu denken, jeder da versteht alles und ihr seid so blöd und versteht gar nichts. Sondern es ist mehr eine Frage auch, wie man die Sachverhalte so darstellt, dass junge Menschen sich dazu selber eine Meinung bilden können und dann halt eben auch mit den Themen anzufangen, die für Jugendliche von einer besonderen Bedeutung sind. Und dann im nächsten Schritt halt auch deutlich zu machen, okay, jetzt kennen wir eure Probleme, eure Sorgen, eure Anliegen. Wir setzen uns dafür auch ein und zwar auf die und die Art und Weise und es wird Dinge geben, die sind umsetzbar, andere Dinge sind vielleicht auch nicht umsetzbar. Aber auch dazu brauchen junge Menschen dann irgendwann eine Antwort und das nach Möglichkeit natürlich auch in Zeiträumen, die für junge Menschen noch überschaubar sind. Wenn man dann nach zwei oder drei Jahren das Ergebnis eines Gesetzgebungsprozesses mitbekommt, dann interessieren die meisten Schülerinnen und Schüler auch die Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur beispielsweise nicht mehr, weil sie dann das Abitur schon in der Tasche haben. Björn Bertram, über Politikverdrossenheit bei Jugendlichen und wie man diese Lücke zwischen Politik und Jugendlichen schließen kann. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Ja, es kommt in diesem Wahlkampf wohl nicht nur auf junge Stimmen an, sondern auf jede einzelne Stimme, denn es zeigen die Pondos immer mehr, es wird unglaublich knapp. Das ist interessant für den Mann, den ich an meiner Seite habe, nämlich Hauke Jagau ist Regionspräsident von Hannover. Die Frage ist, welche Regierung werden wir hier in der Stadt haben, die auch Ihre Stadt ist? Ja, das wird eine sehr spannende Frage. Ich glaube, da werden wir heute einen langen Abend brauchen, weil man es überhaupt noch nicht vorhersagen kann. Das Wahlrecht in Niedersachsen ist relativ kompliziert. Wir haben ja die Direktwahlkreise. Und wenn es mehr Direktwahlkreise als Stimmanteil für eine Partei gibt, gibt es Überhangmandate, aber nicht voll. Das heißt, am Ende kann es sein, dass es ganz knapp bleibt und dass es entscheidend ist, wie die Wahlkreise abgestimmt werden. Und das weiß man wirklich erst, wenn richtig ausgezählt ist. Und da werden alle einen langen Atem brauchen. Die auch. Die Prognosen sagen ja PAD bisher. Und Sie haben vorher schon gesagt, dass es einen hohen Anteil in der Region Hannover auch an Briefwählern gab. Können die auch noch ein Aus... Ja, das was ganz spannend ist, dass die Prognosen die Briefwähler nicht beinhalten. Also die Prognosen werden ja in der Regel durch eine Nachbefragung, wenn man aus dem Wahlstein kommt, gebildet. Und die Briefwähler gehen ja genau nicht zu der Wahlkabine, also sind nicht in den Wahllokalen vorhanden. Und von daher ist das noch ein spannender Teil. Und ich habe gehört, dass es einen hohen Anteil, weil ja auch die Meldung, auch an Briefwählern gibt. Und von daher, die werden so 19.30 Uhr die ersten reinfliegen. Kann das exakt auch noch zu einer kleinen Verschiebung kommen? Aber ich glaube, wir werden heute einfach eine lange Nacht brauchen. Und dann werden wir mal sehen, wie es morgen früh aussieht. Ja, natürlich erhoffen Sie sich, da denke ich mal, ein Fährgewicht für die SPD. Sie haben ja lange mit Herrn Wall zusammengearbeitet. Was erhoffen Sie sich von ihm als Ministerpräsidenten? Naja, ich meine, der Wahlkampf ist jetzt zu Ende. Wir wissen, dass im Bereich Bildung sehr viel zu tun ist, weil wir eine hohe Unzufriedenheit der Eltern haben und eine irrsinnig hohe Drucksituation für Lehrer und Schüler durch G8, ohne die Reduktion des Stoffes, die Studiengebühren sind für mich ein wichtiges Thema. Aber auch die Asylpolitik, die bisher von dieser Regierung wirklich ja in einer Art und Weise hart ist. Dass es nicht geht. Das sind kleinere Bereiche. Es ist ganz viel liegen geblieben. Es fehlt eine Entwicklung für die einzelnen niedersächsischen Räume, um zu gucken, welche Chancen haben die da und wie kann man weitermachen. Von daher erhoffte ich mir natürlich von der Rot-Grün-Regierung, dass wir die Chancen für alle Teile des niedersächsischen Landes auch weiter verbessern. Aber wie gesagt, ob das so wird oder nicht, da werden wir lange warten müssen. Ja, das heißt, wir sprechen über einen Herrn Weil als Ministerpräsidenten, aber es gibt natürlich auch die andere Variante, einen Herrn McAllister als Ministerpräsidenten. Tja, und da haben wir ein kleines Porträt vorbegreitet und Kollegen von uns waren mit David McAllister einen Tag unterwegs. David McAllister bei einem seiner vielen Termine. Der amtierende Ministerpräsident findet kurz vor der Landtagswahl kaum Zeit für sein Privatleben. Der Familienersatz in diesen Tagen sind seine Parteifreunde. Die CDU steht hinter dem gebürtigen Berliner mit schottischen Wurzeln. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel stärkt McAllister seit vielen Jahren den Rücken. Nach seiner zweijährigen Amtszeit ist sie von seinen Fähigkeiten überzeugt. Nicht nur im Kreise seiner Parteifreunde fühlt sich der 41-Jährige wohl. Beim traditionellen Benefiz-Keks-Verkauf zeigt sich McAllister bürgernah und sucht das persönliche Gespräch. Das Ministerpräsidentenamt in Niedersachsen sieht er als seinen Traumberuf und eine große Ehre an. Die politische Bühne ist die Bühne, wo ich zu Hause bin. Das ist auch meine eigentliche Aufgabe. Aber dasselbe ist gut und so ein Samstagvormittag in Hannover-Ständenstadt, den kann man gerne mal so verbringen. Die gebürtige Niedersächsin Ursula von der Leyen sieht in ihm einen Menschen, der erstens das Herz auf dem rechten Fleck hat, der aber wirtschaftliche Vernunft kombiniert auch mit ganz großer sozialer Verantwortung. Außerhalb seiner Partei gehen bei den Hannoveranern die Meinungen über den Ministerpräsidenten auseinander. Ich kenne ihn nicht. Also der, keine Ahnung, der macht irgendwas mit Politik oder so. Naja, also mein Freund ist er nicht. Ich finde ihn auf jeden Fall sympathisch. Ist also ihr Ministerpräsident? Ja. Also der andere ist mir lieber. Um sich eine Meinung zu bilden, zählen nicht nur politische Inhalte. Sieht natürlich auch fantastisch aus. Die Frauen stehen ja tierisch auf jeden Fall von Monaten. Es stellt sich die Frage, bleibt David McAllister weitere fünf Jahre? Der Mr. Präsident. Ja, viele junge Menschen in den Filmen, die wir gesehen haben. Und wir haben jetzt jemanden hier bei uns zu Gast, live im Niedersächsischen Landtag, der wissen muss, was junge Menschen wollen. Eberhard Brandt, der ist Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaften. Hallo Herr Brandt. Guten Abend. Welche Regierung? Es wird ganz knapp. Welche Regierung heute Abend wäre eigentlich die bessere, wenn man im Bereich Bildung guckt? Wir haben ja Erfahrungen aus der letzten Legislaturperiode, aus den letzten zwei Legislaturperioden mit einer CDU-FDP-Regierung. Die hat in bestimmten Fragen sich flexibel gezeigt, in anderen bockig. Flexibel hat sie sich gezeigt, dass sie die Pläne zum Abbau von Lehrerstellen weggestrichen haben, stattdessen neue Stellen geschaffen haben und versprochen haben, alle bleiben erhalten. Das geht aber nur, wenn man auch eine entsprechende Steuerpolitik macht. Stur war die CDU bei der Frage der Gesamtschulen. Sie hat die Gesamtschulen diskriminiert, den Eltern den Zugang zu Gesamtschulen erschwert, die Errichtung den Gemeinden schwierig gemacht. Und sie hat das Turboabitur eingeführt, sowohl bei Gesamtschulen als auch bei Gymnasien. Und da brennt die Luft noch. Da hatten SPD, Grüne und Linke überzeugende Alternativen die ganzen zwei Legislaturperioden über. Es war ja sehr viel Schuhpolitik Thema im Wahlkampf. Wie sehr denken Sie, hat das beim Stimmzettel den Ausschlag gegeben? Das ist schwer zu beurteilen, ob das die große Rolle gespielt hat. Wenn es eine große Rolle, eine richtig große Rolle gespielt hätte, wäre das Ergebnis jetzt nicht so knapp. Ich glaube, das ist von anderen Fragen überlagert worden. Denn bei allen Umfragen wurde der CDU die Kompetenz abgesprochen, Bildungspolitik zukunftsgerichtet zu lösen. Dagegen SPD und Grünen sehr stark zugeschrieben. Darum glaube ich nicht, dass das Bildungsthema jetzt für das knappe Ergebnis sorgt. Scheinen sich die Niedersachsen für Bildung nicht so sehr zu interessieren oder denken Sie, es ist kein Thema? Die Frage ist bei solchen Wahlen aus meiner Sicht. Das bürgerliche Lager war sehr stark darauf fixiert. Die Regierung McAllister im Amt zu halten. Die FDP hat normalerweise ein bis zwei Prozent Stammwähler. Und dann weiß das bürgerliche Lager, das geht bei jedem Wetter wählen. Die SPD hat es schwieriger. Sie muss ihre Leute mobilisieren. Und das liegt nun nicht nur an der niedersächsischen Landespolitik, sondern auch an Bundestrends. Und die sprachen gegen eine Mobilisierung. Also es sind eher übergeordnete Gründe als die Schulpolitik selber. Das ist schade, aber das ist sehr oft so. Tja, und wir hatten gedacht, dass wir jetzt schon erste Zahlen haben von diesen knappen Zahlen, die eben angesprochen wurden. Das ist aber nicht so. Wir gucken jetzt erst mal nach Oldenburg. Denn dort wurde einen Tag lang die Endphase vor einer Woche des Straßenwahlkampfes noch begleitet. Alle Parteien also noch mal vor einer Woche in Oldenburg im Überblick. Es wird ernst. Heute in einer Woche wird er gewählt worden sein, der alte oder neue Ministerpräsident für das Land Niedersachsen. War es die letzten Wochen noch recht ruhig im Straßenwahlkampf, so legen die Parteien jetzt richtig los. Das größte Parteienaufkommen konnte man am Samstag am Leverseck feststellen. Die CDU stand dezentral verteilt in den Stadtteilen. Aber egal, wo die Parteien nun standen, eine Frage bewegte alle, die neueste Umfrage von Infratest-DiMAP, die zeigt, es wird knapp nächsten Sonntag. Plötzlich schafft die FDP die 5 Prozent, kommt gemeinsam mit der CDU auf 45 Prozent, Rot-Grün hingegen kommen auf 46 Prozent. Die Umfragen machen es spannend, aber die Umfragen sorgen auch für eine gewisse Spannung im Wahlkampf und sorgen hoffentlich dafür, dass die Menschen zur Wahl gehen. Das würde uns freuen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es sieht sehr knapp aus. Aber wir müssen jetzt den Wahlkampf noch mal verstärkt betreiben. Wir müssen auch deutlich machen, dass die Zweitstundenkampagne der CDU für die FDP dazu führen wird, dass wir eine landwirtschaftliche Politik behalten werden, die zum Beispiel in den vergangenen Jahren dafür gesorgt hat, dass immer mehr vermeiste Flächen vorhanden sind und dass wir das erste Mal Weizen einführen mussten, weil Niedersachsen nicht mehr in der Lage war, ausreichend Weizen für seine Bevölkerung zu produzieren. Also wir wollen eine veränderte Landwirtschaftspolitik. Das geht nur, wenn man Grüne und die SPD stärkt. Die Position von Rot-Grün stärken, dass FDP und CDU da ganz andere Vorstellungen haben, ist klar. Sie sehen sich im Aufwind. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass unsere These aufgeht, dass wir gesagt haben, die Menschen in Niedersachsen werden sich kurz vor der Landtagswahl auch mit uns und unserer Politik beschäftigen. Und viele, denke ich mal, werden jetzt auch erkennen, dass die christlich-liberale Koalition in Niedersachsen die letzten zehn Jahre sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat und möchten auch, dass diese Politik in Niedersachsen fortgeführt wird. Es liegt ja daran, dass die FDP wieder an Boden gewonnen hat. Das heißt, es ist realistisch, dass Schwarz-Gelb aus eigener Kraft eine Mehrheit am 20. Januar bekommen kann. Die letzte Woche wird jetzt noch mal sehr spannend werden. Wir haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber die Stimmung an den Ständen und bei den Hausbesuchen ist für uns sehr gut. Das heißt, ich bin sehr optimistisch. Eventuell kommt es dann am Wahlabend also auf die Linke an. Sollte sie die 5-Prozent-Hürde knacken, stünde sie als Koalitionspartner zur Verfügung. Stefan Weil hat es jetzt hier auch nicht ausgeschlossen. Die Grünen haben sich das schon eher skeptisch geäußert. Ich glaube aber nicht, dass die Grünen es nachher verantworten werden, dass an ihnen ein Politikwechsel scheitert. Und hier in Oldenburg haben wir auch ein gutes Verhältnis untereinander. Wobei von unserer Seite her auch klar ist, wir werden nicht ein Anhängsel von Rot-Grün sein, sondern wir werden das nur machen, wenn wir auch eigene Akzente setzen können. Und Stefan Wenzel hat gesagt, wenn es knapp wird und die Linken reinkommen, dann müssen wir die Linken mit ins Boot holen, wenn die Mehrheit in diesem Land eine rote, eine linke Mehrheit haben will. Aber egal wie es ausgeht, keiner zweifelt an der Bedeutung der Landtagswahl für den Bund. Sollte die SPD den sicher geglaubten Wechsel verspielen, könnte es auch für deren Spitzenkandidat Peer Steinbrück eng werden. Ich glaube, dass meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Parteivorstand sich sehr freuen würden. Die haben sich auch alle sehr engagiert. Ich sitze als ASJ-Bundesvorsitzende im erweiterten Parteivorstand. Da gibt es schon eine große Hoffnung, dass das jetzt in Niedersachsen klappt. Und das würde sicherlich auch Peer helfen. Das ist ein kluger Kerl und ein durchsetzungsfähiger Kerl, der für Deutschland sicher viel bringen würde. Im Moment hat er manchmal auch schwierige Zeiten. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin bis September. Die CDU hingegen. Wir können uns nicht beklagen. Ehrlich gesagt tun mir die SPD-Wahlkämpfe ein klein wenig leid. Und für noch jemanden könnte es eng werden. Auch die Zukunft Philipp Rösters hängt eng mit Wahler Volk oder Wahlschlappe zusammen. Doch man übt sich bei den Liberalen in Zweckoptimismus. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass wir es wieder in den Landtag schaffen. Und dass wir auch auf der bundespolitischen Ebene die Trendwende auch hinbekommen, dass wir dort auch wieder deutlich über die 5-Prozent-Hürde kommen. Wir hatten unsere Probleme. Das ist kein Geheimnis. Aber wir haben die jetzt mittlerweile im Griff. Und ich glaube schon, dass auch Philipp Röster als starker Bundesvorsitzender aus der Niedersachsenwahl dann später hinausgeht. Weil das ist ja auch sein Heimatland hier in Niedersachsen. Und das werden die Menschen anerkennen. Ein lieber Gruß nach Oldenburg und von Oldenburg jetzt ins ganze Land. Jetzt haben wir Zahlen. Wir haben Zahlen und die müssen wir als Quelle nennen von der ARD, den Kollegen von der ARD. Und die sehen Sie jetzt. Es ist richtig knapp. Nach neben mir ist die, baut sich jetzt gleich hoffentlich die Grafik auf. Und da sehen wir, die CDU erreicht nach ersten Prognosen von der ARD 36,2%. Die SPD 32,4%. Die FDP erreicht 10%. Die Grünen liegen mit 13,4% genau in den vorherigen Umfragen. Die Linke scheitert nach den bisherigen Prognosen mit 3,5% an der 5%-Hürde. Die Piraten erreichen 1,9% und bleiben nach dieser ersten Prognose deutlich unter den Erwartungen. Und die Sonstigen kommen auf 2,6%. Und das ist in Niedersachsen relativ normal. Vor allem im Verhältnis zu 2006. Ja, Clara, interessante Zahlen. Ja, es heißt ganz eindeutig, ganz knapp. Noch sieht es so aus, als wären CDU und FDP überraschenderweise mit 10%. Da scheinen wirklich unglaubliche Wählermassen mobilisiert worden zu sein. Oder die CDU ihre Zweitstimme genutzt zu haben. Die CDU-Wähler, unglaubliche mögliche Mehrheit. Es wird unglaublich knapp. Ja, das kann man fast gar nicht sich vorstellen. Die FDP war teilweise bei 3% in den letzten Umfragen und soll jetzt laut erster Prognose bei 10% liegen. Das wird heute Abend noch ein richtig spannender Krimi, Clara. Vielleicht können wir das nochmal sehen. Dann können wir da noch einmal interessanterweise auch auf die Linke gucken. Wir sehen mit 3,5%, dass sie es nicht geschafft hat, obwohl es zwischendurch vielleicht die Möglichkeit gab. Die Linke ist nicht dabei. Die Piraten haben 1,9% geschafft, Martin. Ja, das ist deutlich unter den Erwartungen. Das habe ich eben schon gesagt. Aber dieses Ergebnis, was die ARD hier errechnet hat, das zeigt deutliches Verwirrspiel bei mir, weil das habe ich so nicht erwartet. Warum überhaupt gewählt wurde, das gucken wir jetzt nochmal. Denn auf den niedersächsischen Straßen hier in Hannover, da standen so allerhand Wahlplakate. Und die haben genau diese Prognose verursacht. Woran erkennt man, dass Wahlen anstehen? Genau. Laternenfehler, Schildermassen und Alleebäume werden mit bunten Plakaten der zur Wahl stehenden Parteien dekoriert. Elf verschiedene Parteien sind zur niedersächsischen Landtagswahl zugelassen. Wie in jedem Wahlkampf wechseln sich Slogans auf symbolhaft gestalteten Plakaten mit solchen ab, auf dem ein möglichst vorteilhaftes Porträtfoto der zu wählenden Personen zu sehen ist. CDU, SPD und FDP werben mit ihren Spitzenkandidaten. In den Stadtbezirken sind auch Bilder von den Direktkandidaten in den entsprechenden Wahlkreisen zu beobachten. Die anderen Parteien versuchen eher mit Slogans, die auf ihre Wahlthemen verweisen, zu punkten. Wenn man nicht so viele Themen hat, muss auch mal ein symbolhaft gestaltetes Plakat als Botschaft ausreichen. Insgesamt scheint der Aufwand, den die Parteien für die Landtagswahl 2013 betreiben, geringer zu sein als bei vorhergehenden Wahlen. Aber dies ist natürlich eine rein subjektive Wahrnehmung. Ja, mehr als interessant, diese Prognose mit 10 Prozent für die FDP von den Kollegen der ARD prognostiziert. Da fragt man sich, wie haben sie das gemacht? Und das könnte vielleicht einen Ursprung haben in dem Film, den wir jetzt sehen. Das ist nämlich eine Kandidatin der FDP in Hannover Mitte und in Hannover Südstadt. Entschuldigung. Und wenn Sylvia Bruns diese Zahlen präsentiert bekommt, dann wird sie jetzt feiern. Kurz vor der Wahl heute haben wir noch mit ihr gesprochen. Silvia Bruns ist stellvertretende Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion in Hannover und dort hauptsächlich für Bildungspolitik zuständig. Die Liberale würde gerne die ersten beiden Kita-Jahre kostenfrei gestalten, ist aber gegen den Gratisbesuch der Hochschule. Also Studiengebühren finde ich gerechtfertigt, weil ich finde für seine Ausbildung, die man eben an den Universitäten macht, muss man auch ein bisschen was bezahlen. Das ist ungerecht, wenn andere Leute, wie zum Beispiel die Kellnerin oder die Arzthelferin im Prinzip meine Ausbildung bezahlt und 500 Euro im Monat, das sind ja auch 500 Euro, die direkt an die Universitäten fließen. Auch Gorleben bleibt ein Zankapfel in Niedersachsen. SPD, Linke und Grüne halten den Salzstock für geologisch ungeeignet und politisch verbrannt. Die schwarz-gelbe Koalition jedoch möchte, dass auch Gorleben im Suchverfahren bleibt. Ich möchte, dass das Ergebnis offen eruiert wird, dass also landesweit und bundesweit geguckt wird. Einen Mindestlohn lehnt die FDP strikt ab. Man sehe zwar die Verwerfungen im unteren Lohnbereich, trotzdem solle die Politik nur moderierend eingreifen. Und man muss sich auch nichts vormachen, von 8,50 Euro Mindestlohn kann man trotzdem nicht leben und auch kein Familienvater seine drei Kinder erziehen. Das ist kein Allheilmittel. Die FDP sieht die Landwirte in erster Linie als mittelständische Unternehmer und in großen Schlachthöfen die Chance auf neue Arbeitsplätze. Die Probleme bei der Massentierhaltung könnten laut FDP mit den jetzigen Gesetzen behoben werden. Es gibt ja das Tierschutzgesetz und ich denke, es gibt da ganze Menge Sachen, die noch nicht so angewendet werden, wie sie eben angewendet werden müssen. Die Abstimmung in Niedersachsen gilt als Schicksalswahl für den umstrittenen Parteichef Philipp Rösler. Verpasst die FDP den Einzug in den Landtag, wird er sich wohl kaum als Bundesvorsitzender halten können. Es nervt mich total, dass ich ständig nach diesen Personalfragen gefragt werde, weil ich immer denke, wir haben einen Vorsitzenden, den haben wir alle gewählt vor zwei Jahren. Und solange der gewählt ist, ist nun mal in der Demokratie, so ist er auch gewählt. Man kann sich dann mal mit beschäftigen, wenn er wieder zur Wahl steht. Die schlechten Umfragewerte der FDP sind für die Ratsfrau daher ein hausgemachtes Problem. Ja, ganz klar hängt das mit Personaldebatten auch zusammen. Also wenn man sich nicht mit Inhalten beschäftigt, sondern ständig nur mit sich selbst beschäftigt, wirkt das natürlich auch nach außen. Silvia Bruns würde die schwarz-gelbe Koalition in Niedersachsen gerne weiterführen. Doch damit es so kommt, muss es ihre Partei erst mal über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Ja, man sieht auch für die SPD, die hatten sich sicherlich etwas anderes erhofft und die sind auch sicherlich überrascht von der FDP. Und nun können wir uns freuen über einen Talk aus, nämlich Herrn Boris Christorius. Herzlich willkommen vom Team Weil. Ja, wie sieht es jetzt für Sie aus? Es wird doch sehr, sehr knapp. Ja, damit hatten wir ja gerechnet. Das zeichnete sich ja ab nach den letzten zwei Wochen. Die Zweitstimmenkampagne, die keiner wahrhaben wollte, hat stattgefunden. Das lässt sich leicht an den Ergebnissen im Vergleich zu den letzten Umfragen ablesen. Die FDP hat die fünf Prozent bekommen von der CDU, die ihr fehlte und die der jetzt fehlt. Das ist eine spannende Diskussion, die sich da im schwarz-gelben Lager in den nächsten Monaten abspielen dürfte. Für heute heißt das aber zunächst mal, es bleibt spannend und ich rechne auch nicht damit, dass wir vor 22 Uhr wesentlich schlauer sein werden. Vor allen Dingen bedeutet aber auch, Diskussionen von Rot-Rot-Grün sind auch nicht möglich. Was denken Sie, wie wird es weitergehen, wenn die knappe Mehrheit da ist? Es wird eine knappe Mehrheit geben, egal für wen. Mehr als ein, zwei Stimmen Abstand dürfte es nach dem jetzigen Stand der Dinge für keine der beiden Lager, wenn es denn gewinnt, geben. Und alle anderen Diskussionen haben sich für mich ebenfalls nicht gestellt. Rot-Rot-Grün war nie ein Thema nach den Umfragen. Ich bin froh, dass die beiden ganz kleinen Parteien es auch nicht mehr geschafft haben, weil das die politische Arbeit sicher erleichtert. Insgesamt einfach abwarten, wie sich die Auszählungen entwickeln in den nächsten Stunden. Und dann wissen wir, wer den Regierungsauftrag bekommt. Herr Pistorius, Sie haben gerade gesagt, andere Koalitionen im T-Satz lesen, schließen Sie erstmal aus. Aber bei den Zahlen muss man ja auch eventuell sogar über Rot-Schwarz nachdenken. Oder ist das gar keine Option? Also erstens verbietet sich das zu tun, bevor nicht klar ist, wie das Ergebnis aussieht. Das verbietet zum einen der Respekt vor dem Wähler, aber mindestens genauso wichtig der Respekt vor den eigenen Parteifreunden, die in den letzten Monaten einen fantastischen Wahlkampf hingelegt haben. Allen voran Stefan Weil. Und deswegen verbietet sich diese Diskussion. Das warten wir ja ab, wenn das Ergebnis feststeht. Wenn es weiter so knapp bleibt und trotzdem es für Rot-Grün reichen sollte, sind Sie im Team Weil vorgesehen für den Innenministerposten. Wie wollen Sie dieses Amt, wenn Sie es dann begleiten, ausfüllen? Mit viel Engagement, Herzblut und Dialogbereitschaft. Aber das ist nicht das Thema heute Abend. Sehen Sie es mir nach. Ich möchte mich wirklich auf den Wahlabend konzentrieren, auf die Auszählung, auf die Ergebnisse und alles. Und das andere kommt dann morgen. Herzlichen Dank, Herr Pistorius. Wir sind genauso gespannt wie Sie und warten hier ab. Und wir machen einen kleinen Rückblick. Die SPD war ja ziemlich siegessicher und musste es natürlich auch sein. Sie war kämpferisch bis zum Schluss. Und wir haben uns den letzten Wahlkampfmoment angeschaut. Die SPD waren für Sie dabei. Wahlkampfhöhepunkt der niedersächsischen SPD in Hannover. Der Wahlkampf spitzt sich immer mehr zu. Bei der fünften von sechs großen Kundgebungen im Hannover Kongresszentrum zeigt sich die SPD in Wechselstimmung. Enthusiastisch und voller Tatendrang. Das Team Weil mittendrin. Viel Bundesprominenz wie Gerhard Schröder und Frank-Walter Steinmeier in Hannover. Das Publikum will natürlich die Kampfsreden von Hannelore Kraft und Spitzenkandidat Stefan Weil hören. Und an der einen oder anderen Stelle tun auch die politischen Mitbewerber so, als würden sie die gleichen Ziele verfolgen. Da gibt es eine Partei, die redet viel von Freiheit. Im Moment kämpft sie um ihre Existenz. Warum? Weil dieser Freiheitsbegriff ist ein Freiheitsbegriff, den wir nicht führen. Da geht es nämlich nur um die Freiheit des Einzelnen. Da geht es um die Ellbogengesellschaft. Wir sind die Gesellschaft, diejenigen, die auf die Gesellschaft als Ganzes achten. Auf das Wir in unserer Gesellschaft, das ist Sozialdemokratie in Deutschland. Im Anschluss dann der Höhepunkt des Abends. Kraft übergibt das Wort an den Spitzenkandidaten Stefan Weil. Tosen Applaus der Genossen und eine klare Kampfansage an David McAllister. Niedersachsen geht über ein dünnes Eis, was die Zukunft anbelangt. Und wir müssen Vorsorge treffen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Familienfreundlichkeit in Niedersachsen vorneweg geht. Wir müssen dringend mehr tun für mehr Bildung in unserem Land. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft eine Zukunft hat. Und wir müssen wieder dafür sorgen, dass Niedersachsen das wird, was es einmal gewesen ist. Nämlich der Inbegriff eines Bundeslandes, das um soziale Gerechtigkeit dringt. Wir wollen niemals zurücklassen in unserem Land, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Die SPD zeigt sich siegessicher und die letzte Kundgebung vor der Wahl geht zu Ende. Das Team Weil scheint für den Showdown gewappnet. Dennoch bleibt es wohl nach den neuesten Umfragewerten ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, wir freuen uns über den Besuch von Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Trittin, wie ist das, wenn man aus Bundessicht hier auf die Niedersachsenwahl blickt? Und vor allem mit dem Hintergrund, den wir jetzt hier erlebt haben bisher? Also es ist ja nicht nur Bundessicht bei mir. Ich habe meinen Wahlkreis in Göttingen. Ich war lange hier im Landtag politisch tätig. Und da ist man natürlich besonders auch emotional mit dabei. Und wenn auf das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl vor fünf Jahren mit acht Prozent noch mal mehr als die Hälfte obendrauf gepackt wird, wir alleine als Grüne so viel gewonnen haben, wie CDU und FDP in der Summe verloren haben, dann ist das schon ein sehr schöner Tag, wo man sich richtig drüber freuen kann. Sie haben das gerade angesprochen. Die Grünen waren die einzige Partei, die bei den Umfragen ungefähr das jetzt bringen, was in den Umfragen gesagt wurde, oder? Ja, bei uns ist Verlass. Wenn wir sagen, wir wollen eine andere Agrarpolitik, dann meinen wir das. Und insofern ist das auch ein Stück belohnt worden. Und inwieweit ist sowas dann Thema, auch Agrarpolitik im Agrarland Niedersachsen? Wir haben vier Wahlkampfschwerpunkte gehabt. Wir haben gestritten für einen Schulfrieden. Wir wollen die Studiengebühren abschaffen. Wir wollen den Erfolg der Energiewende. Und wir wollen eine Begrenzung der industriellen Massentierhaltung, die Niedersachsen prägt, die 30.000 Arbeitsplätze gekostet hat, die zunehmend die Gesundheit der Menschen beschädigt über massivem Antibiotika einsetzt und die auch nicht tier- und umweltgerecht ist. Und das hat uns Land auf Land ab sehr viel Zuspruch eingebracht, gerade auch im ländlichen Raum. Die Steigerungen auf dem Lande, natürlich haben wir in den Städten Hochburgen, aber auf dem Lande haben wir überdurchschnittlich dazu gewonnen. Das zeigt, wir werden heute tatsächlich als die inhaltliche Alternative zur CDU wahrgenommen. Die CDU in Niedersachsen, die ist nichts anderes als der parlamentarische Arm von Wiesenhof und Rotkötter. Nochmal kurz der Blick auf den Bund. Die Grünen sind stabil. Aber wie sieht es mit Ihrem Koalitionspartner aus? Den würden Sie ja ganz gerne behalten. Wie sieht es bei der Bundestagswahl aus? Was sieht, wird er dann auch da so schwächeln? Die SPD hat vorsichtig hinzugewonnen in Niedersachsen. Das ist erfreulich. Ich vermute, sie hat sich mehr versprochen. Aber wenn Sie das mal übertragen auf die Bundestagswahl, wenn Frau Merkel am 22. September an einer Größenordnung von 6,5 Prozent verlieren würde, dann wäre Schwarz-Gelb am Ende. Insofern ist diese Niedersachsen-Wahl bundespolitisch ein guter Signalstein auf dem Weg dazu, die Bundesregierung abzulösen. Das ist ein langer Weg, den wir da gehen müssen. Aber mit der Niedersachsen-Wahl haben wir da, glaube ich, einen ganz kräftigen Schritt nach vorne gemacht. Ja, also ein Lachen ist ein weinendes Auge. So würde ich es vielleicht jetzt zusammenfassen. Wir sind noch gespannt, wie es am Ende aussieht. Beide Augen lachen am Ende. Vielleicht lachen beide Ihre Augen. Wir sind gespannt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und wir freuen uns über den nächsten Gast, der hier zu uns in unser Studio kommt. Und es ist der Kollege von einer anderen Partei. Und es ist der, der genauso überlegt, ob er vielleicht zu den Siegern gehört. Und wir freuen uns jetzt hier gleich über Herrn Töpfer. Wir dürfen den Herrn Trentin bitten. Herzlichen Dank. Hier wird sich die Hand geschüttelt. Mal gucken, ob das auch wirklich so die Freundschaft in Wirklichkeit ist. Herr Töpfer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schönen Dank. Ja, es ist sehr, sehr, sehr knapp. Wie fühlen Sie sich gerade? Ich bin immer noch ein Stück weit aufgeregt, aber auch ein bisschen erleichtert. Ich denke, die Voraussetzungen, die sich jetzt so herauskristallisieren, sind gut, dass wir heute noch in zwar sehr langen, aber doch sehr schönen, zumindest für die CDU und die FDP, erfolgreichen Wahlabend erleben werden. Sie sind ja auch noch sozusagen in Hannover im Wahlkreis, im Rennen. Also wir haben die Ergebnisse auch noch nicht. Die Wahlkreise sind noch nicht ausgezählt. Wie sieht das in Ihrem Wahlkreis aus? Sie sind gegen Doris Schröder-Köpf angetreten. Die ist dann neu in den Wahlkreis gekommen. Wie haben Sie diesen Wahlkampf mit Doris Schröder-Köpf in Ihrem Wahlkreis erlebt, hier in Hannover? Spannend ist ja schon Ihre Formulierung. Also ich bin nicht gegen Doris Schröder-Köpf angetreten. Ich bin der amtierende Abgeordnete dort. Sie ist gegen mich angetreten. Und sie hatte in der Tat einen leichten medialen Vorteil. Ja, einen leichten medialen Vorteil. Und ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Wir haben dann auf der einen Seite fünf Jahre Wahlkreisarbeit, auf der anderen Seite Bekanntheitsgrad und Medien. Und es wird ein spannender Wahlausgang. Ich habe noch kein Ergebnis aus dem Wahlkreis. Ganz kurz nochmal auf die vorläufigen Ergebnisse, die wir hier gerade gehört haben. Also es sind keine vorläufigen Ergebnisse, sondern Prognosen von den Kollegen der ARD. Die sehen die FDP bei zehn Prozent. Überrascht Sie das? Also in der Höhe eigentlich nicht. Ich habe in den letzten Wochen meinen Wahlkreis sehr, sehr intensiv besucht. Das sind viele bürgerliche Hochburgen innerhalb Hannover. Und da hat sich schon herauskristallisiert, dass viele, viele Wähler gesagt haben, Herr Töpfer, diesmal wählen wir die FDP. Ich betone diesmal nicht, wir wählen wieder, sondern diesmal, dass das waren CDU-Wähler beim letzten Mal. Es überrascht mich aber insoweit nicht, als die Koalition hier aus FDP und CDU in Hannover im niedersächsischen Landtag eine ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Das ist eben anders als in Berlin. Und das erklärt meines Erachtens auch dieses Ergebnis. Sie sind auch der CDU-Chef hier in Hannover. Wie erwarten Sie diesen weiteren Abend? Das wird super knapp, das ist uns allen klar. Aber eine Prognose von Ihnen möchte ich Ihnen jetzt entlocken. Also ich denke, dass sich die jetzigen Zahlen festigen werden. Das Ergebnis wird sich wahrscheinlich ganz, ganz gering noch verschieben. Aber wir werden, denke ich, einen ganz, ganz knappen Vorsprung für Schwarz-Gelb erleben. Was in Hannover passiert, weiß ich noch nicht. Auf meinen hannoverischen fünf Landtagswahlkreise gucke ich natürlich mit besonderer Spannung. Mal weitergucken. Ja, Dirk Töpfer, CDU-Chef in Hannover und Kandidat im Wahlkreis in Hannover. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Und wir machen gleich weiter. Hier im Studio geben sich die Politiker die Klinke in die Hand. Und jetzt kommt von den Linken Ursula Weißer-Rölle. Ich hoffe, sie ist schon im Anflug. Ja, sie wird sich wahrscheinlich nicht so ganz freuen oder nicht so gespannt mehr sein kann wie Herr Töpfer. Denn für sie ist es klar, sie ist nicht mehr dabei. Die Linke ist nicht mehr dabei. Und wir würden gerne von ihr erfahren, wenn sie in den nächsten Minuten eintrifft, wie das für sie ist und welche Möglichkeiten sie überdenkt. Wir springen an diesen Punkten. Frau Weißer-Rölle ist noch nicht angekommen. Und wir schauen uns jetzt noch einmal den Wahlkampfabschluss sicherlich nicht an. Sondern wir gucken uns genau nämlich ein wichtiges Thema an für Niedersachsen. Und das ist das Thema Flüchtlingspolitik und das Thema Abschiebepolitik. Und da schauen wir uns jetzt ein Gespräch an mit Kai Weber, der einen Ausblick schafft auf die nächsten Jahre. Herr Weber, in Sachen Asylpolitik und Abschiebepraktiken ist ja unser Innenminister Uwe Schünemann als harter Hund bekannt in ganz Deutschland, kann man schon sagen. Was erwarten Sie, falls die CDU wieder Regierungspartei wird? Bleibt alles beim Alten? Wir erwarten, dass dieser Innenminister abgesetzt wird. Wir wünschen uns eine andere Politik. Und die wird mit Herrn Schünemann nicht umsetzbar sein. Wir haben ja von Herrn Günzler einige Signale bekommen die letzten Wochen, dass man auch innerhalb der CDU hier eine menschlichere Politik praktizieren will. Insofern sind wir guter Hoffnung. Es hat ja auch ganz gute Gespräche gegeben. Also Sie glauben, das war nicht nur Wahlkampftaktik, kurz vor Weihnachten nochmal die weiche Seite der CDU zu zeigen? Ich glaube jedenfalls, dass die Fälle, die in den letzten Tagen und Wochen die Schlagzeilen beherrscht haben, der CDU nicht genutzt haben und auch viele in der CDU selber verärgert haben. Es gab durchgängige Signale auch von CDU-Mitgliedern, die uns gesagt haben, wir sind zwar CDU-Mitglieder, aber das, was Herr Uwe Schünemann da macht, das trifft nicht unsere Absicht, das wollen wir nicht. Und insofern gab es viele Kampagnen, die auch von der CDU oder jedenfalls Mitgliedern der CDU mitgetragen wurden. Die SPD fährt ja einen ganz anderen Kurs, auch die Grünen und die Linke. Wird sich mit einer rot-grünen Koalition, vielleicht mit einem Innenminister Pistorius oder einer Integrationsbeauftragten Schröder-Köpf viel ändern? Und was erwarten Sie von Ihnen? Naja, die Signale, die da gesetzt wurden, sind noch verhalten. Wir wünschen uns schon eine durchgreifendere, auch symbolische Politikänderung. Und die könnte etwa darin ihren Ausdruck finden, dass man ein Integrationsministerium aus der Taufe hebt, also nicht wieder zurückfällt in die alte Situation einer Beauftragten, die dann stellvertretend für Migranten sprechen soll. Eine solche Änderung der Politik hätte auch zur Folge, dass man Flüchtlingspolitik nicht mehr nur als Anhängsel einer Ordnungspolitik versteht, also eines Polizeirechts versteht, sondern Flüchtlinge auch als Gegenstand von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik betrachtet. Das stimmt, wenn man zum Beispiel eine Sendung zum Thema Innenpolitik macht, ist dann da gleich Asylpolitik dabei und, sagen wir mal, weniger beim Thema Bildung zum Beispiel, wo es ja auch hingehört. Genau, das ist der Punkt. Welche Themen werden wahrscheinlich angegangen die nächsten Jahre und welche würden Sie sich wünschen? Im Flüchtlingsbereich wünschen wir uns, dass ein Wechsel der Politik in die Richtung passiert, dass man Menschen von Anfang an annimmt, ihnen Perspektiven aufzeigt, wie man in dieser Gesellschaft partizipieren kann, wo man Dinge lernen kann, wie man sich fortbilden kann. Und wie man sinnvoll sich in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Das alles passiert im Moment noch nicht. Es gibt eine Tradition der Ausgrenzung bei Asylbewerbern. Was wir uns wünschen ist, dass die ordnungspolitische Dimension, die natürlich auch immer da ist, also die Frage, hat der Flüchtling am Ende das Recht, auch hier zu bleiben, davon getrennt wird. Wenn ein Flüchtling zwei, drei, vier Jahre hier war, dann ist es sinnvoll, dass er diese Zeit auch nutzt und etwas lernt. Und wenn er das Land dann wieder verlässt, dann wird es zu seinem Schaden nicht gewesen sein, dass er hier etwas gelernt hat. Aber die sozialen Folgekosten sind immens. Wenn man Flüchtlinge Jahre, teils Jahrzehnte aussperrt und dann hinterher feststellt, er bleibt doch bei uns, jetzt muss er ganz viel lernen und aufholen und nachholen, was all die Jahre vorher versäumt worden ist. Wir haben einen afghanischen Arzt als Kollegen gehabt, der sehr verbittert war, weil er gesagt hat, acht Jahre lang hat man mich gezwungen, von staatlichen Alimenten zu leben und dann hat es eine Änderung in Afghanistan gegeben und ich wurde aufgefordert, wieder als Arzt dort zu arbeiten. Aber ich konnte nichts mehr. Ich kann in diesem Beruf nicht mehr arbeiten, weil man mir die Chance nicht gegeben hat, das aufzuholen und nachzuholen, was in der Zwischenzeit an Fortschritten passiert ist in der Medizin. Insofern, diese Trennung von Ordnungspolitik und Arbeitsmarktpolitik wäre notwendig und überfällig. Ja, das sind die Forderungen an die Politik von Kai Weber vom Flüchtlingsrat. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja, live zu Gast jetzt Innenminister Uwe Schünemann von der CDU. Herr Schünemann, erstmal muss man sagen, ultraknapp. Das, was wir bisher gesehen haben, ist ein Krimi. Hätten Sie das so erwartet? Vor allem, wenn man den Blick auf die FDP sieht? Erst einmal haben wir ja eine Aufholjagd gestartet und insofern, dass es so knapp wird, das musste man nach den letzten Prognosen auf jeden Fall erwarten, dass es jetzt so knapp ist. Na gut, wir würden uns was anderes wünschen. Für die FDP ist es durchaus ein sensationelles Ergebnis, aber wir haben das an den Ständen schon auch gespürt, dass sehr viele gedacht haben, wir wollen auf jeden Fall, dass die Koalition fortgesetzt wird und deshalb haben viele gedacht, okay, FDP wählen, dann sind Sie wenigstens drin. Aber so hoch? Naja, das ist schon eine Überraschung, ist keine Frage. Herr Schünemann, Sie sind jetzt Vorsitzende der Innenministerkonferenz geworden. Was wäre, wenn Sie jetzt nicht mehr Innenminister sind? Was passiert dann eigentlich? Ja, im Moment mache ich mir natürlich da keine Gedanken drüber. Aber es ist so, dass dann ein Nachfolger den Vorsitz bei der Innenministerkonferenz bekommt. Das heißt also, dieser Sitz bleibt in Niedersachsen. Kai Weber hat in dem Beitrag gerade überlegt, die Überlegung angestellt, dass vielleicht in der CDU in den nächsten Zeiten eine andere Flüchtlingsasylpolitik, ein anderer Wind weht. Stimmt das so? Es gab noch nie eine so humane Flüchtlingspolitik, wie wir sie in den letzten Jahren umgesetzt haben. All das, was Herr Weber da gesagt hat, entspricht nicht der Realität. Wir haben gerade über dem Bundesrat viele Initiativen gestartet, zum Beispiel, dass Jugendliche unabhängig von ihren Eltern ein Aufenthaltsrecht bekommen. Über ihre Schulnoten? Niedersachsen, nein, es ist nicht über Schulnoten, sondern es muss nur eine Prognose sein, dass sie sich tatsächlich integriert haben. Es geht nicht darum, dass sie irgendwie eine Eins oder Zwei haben müssen. Es geht auch nicht darum, ob sie im Gymnasium sind, sondern es geht nur um eine positive Prognose, auch das ist falsch dargestellt worden. Und insofern gibt es da zumindest hier in Niedersachsen keinen Änderungsbedarf. Es gab jetzt ein paar Einzelfälle wie Gasale Salame vor den Wahlen. Wird es so etwas öfter geben oder wird es dadurch vielleicht auch eine Änderung geben in der Möglichkeit, schwangere Frauen oder Mütter abzuschieben? Wir sind nicht dafür zuständig, als Land darüber zu entscheiden, sondern das ist Sache von dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und natürlich von Gerichten. Und sie haben hier ganz klar entschieden, sodass die Ausländerbehörde, das ist auch nicht der Innenminister, die dann so entscheiden müssen. Und insofern gibt es dazu keine Alternative. Es sei denn, man verändert das Recht. Und da haben wir gerade aus Niedersachsen entsprechende Initiativen gestartet. Einmal der 25a, den ich gerade dargestellt habe. Und wir haben eine weitere Initiative, wo wir gesagt haben, wenn man auch die Pässe weggeschmissen hat oder seine Identität verschleiert hat, dann soll man eine zweite Chance bekommen. Wenn man sich nach vier oder fünf Jahren dann integriert, dann wollen wir hier auf jeden Fall eine Möglichkeit schaffen. Und da müssen wir sehen, dass wir dafür Mehrheiten kriegen. Herr Schönemann, wenn Schwarz-Gelb weiter ist regiert in Niedersachsen, es ist knapp, es sieht danach aus, dass es sein kann. Welche Handschrift wollen Sie Ihrer Politik dann weiterhin geben? Wir haben zehn Jahre sehr erfolgreich hier gearbeitet. Insofern werden wir diese Politik fortsetzen. Insbesondere geht es darum, dass wir Niedersachsen zu einem der sichersten Länder gemacht haben. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, dieses fortzusetzen, wenn nicht sogar noch besser zu werden, noch weniger Straftaten. Das ist, glaube ich, ein Hauptpunkt. Und im Bereich der Asylpolitik und Ausländerpolitik habe ich die Initiativen gerade dargestellt. Okay. Herr Schönemann, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Hier geht es jetzt gleich weiter. Wir haben die Kollegin Ursula Weißer-Rölle von den Linken zu Gast. Ich bedanke mich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Und wir werden mal sehen, wie das der Wahlabend noch bringt. Vielen Dank. Guten Abend. Ja, wir sind natürlich gespannt, was Frau Weißer-Rölle zu uns sagt, denn für die Linke sieht es leider nicht so gut auf. Herzlich willkommen. Ja, wie geht es Ihnen jetzt? Ja, die Anspannung ist immer noch da. Ja, die ist noch da. Die ist noch da. Sie sind nicht drin. Was bedeutet das für die nächsten fünf Jahre? Ja, das bedeutet für die fünf Jahre. Also ich möchte erst mal eingangs sagen, dass wir als einzige Partei die Themen wie den Zusammenhang zwischen den verschenkten Steuermilliarden an Banken und Spekulanten und gleichzeitig den Sorgen für Millionen Menschen hier in Niedersachsen hinsichtlich ihrer sinkenden Löhne, der Schließung der Krankenhäuser, der Bildung und der Renten zum Thema gemacht haben. Das kam bei den Menschen gut an. Wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht. Viele Menschen wollten einen Regierungswechsel zu SPD und Grünen und viele linke Wähler haben, so ist die erste Einschätzung gedacht, wähle ich die SPD, dann kommt dieser Regierungswechsel. Sie haben nicht bedacht, dass ein Regierungswechsel nicht gleichzeitig ein Politikwechsel ist und der wäre nur mit den Linken möglich. Unsere Themen waren gut, der Wahlkampf war gut. Wir werden mit diesen Themen weiterarbeiten. Für uns beginnt heute der Bundestagswahlkampf. Frau Weißer-Rölle hat Sie das auch ein bisschen überrascht, wenn man die Umfragen sieht im Vorfeld der Wahl. Da waren Sie lange bei drei Prozent stagniert. Dann ist es plötzlich nach oben gegangen auf sechs Prozent. Viele haben gesagt, Mensch, die Linken haben ein Potenzial, was bisher noch nicht ausgeschöpft wurde. Und jetzt ist es wieder doch der Wert, der sozusagen vor dem letzten Peak nach oben war. Hat Sie das doch ein bisschen getroffen? Ja, natürlich. Nach den letzten Umfragen, wo wir sechs Prozent lagen, wussten wir, dass wir zwischen vier und sechs Prozent liegen. Und die drei Prozent, dreieinhalb Prozent heute haben mich schon überrascht. Wir haben Untersuchungen gemacht vor einem Jahr, wo wir ein Wählerpotenzial, ein weiteres Wählerpotenzial von neun Prozent hatten, ein weitestes bis 15 Prozent. Und diese drei Prozent haben mich heute schon überrascht, weil ich meine, die Themen, die wir angesprochen haben, sind genau die Themen, die die Menschen im Land berühren. Und von daher wird es ohne Linke keinen anderen Politikwechsel geben, eventuell einen Regierungswechsel, aber mit Sicherheit keinen Politikwechsel. Vielleicht bleiben Sie noch kurz bei uns. Wir haben neue Zahlen, die wir vielleicht jetzt hier auf unserer Grafik eingeblendet kriegen. Ganz kurz, wenn sich die Grafik aufbaut, wäre das sehr hilfreich. Da sehen wir die aktuelle Hochrechnung. Das sind auch weiterhin Zahlen von den Kollegen von der ARD. Da kommt die CDU auf 36,4 Prozent, die SPD auf 32,6 Prozent, die FDP nur noch auf 9,6 Prozent, trotzdem wahnsinnig überraschend. Die Grünen stabil bei 13,4 Prozent weiterhin. Die Linke haben wir angesprochen, leicht erhöht jetzt um 3,3 Prozent. Die Piraten sogar runtergegangen auf 1,8 Prozent. Also da scheint sich auch schon Trend abzuwickeln. Und die Sonstigen gestiegen auf 2,9 Prozent. Das ist aber für Niedersachsen relativ normal. Da spiegelt sich das auf 2,8 Prozent ab. Frau Weißer-Rölle, mit den Zahlen müssen wir Sie jetzt so entlassen. Wir wünschen Ihnen dann in den nächsten fünf Jahren einen langen Anlauf für das nächste Parlament. Dann die Legislaturperiode 19 ist das dann, glaube ich, oder? Ja, wir werden so weitermachen. Vielen Dank, Frau Weißer-Rölle. Ja, und im Hintergrund nochmal weiter die Zahlen. Wir erwarten jetzt einen weiteren Gesprächspartner. Die Politiker geben sich die Klinke in die Hand bei uns. Das ist auch gut. Und ich sehe schon hinter mir, das ist Artikel Kirschi vom Hannoverischen Stadtverband der SPD. Hallo, Herr Kirschi. Hallo. Hallo, Herr Kirschi. Ja, interessant. Interessant vor allem, wenn man diese Zahlen der ARD sieht, wie knapp doch SPD und CDU doch zusammen sind. Das hatte man wahrscheinlich nicht so erwartet, oder? Wir waren gute Hoffnung. Wir haben einen tollen Wahlkampf hingelegt. Die SPD in Hannover war sehr motiviert und auch im Land Niedersachsen. Ich kann nur meinen Dank an die gesamten Mitglieder ausrichten, die wirklich hoch motiviert waren. Wir haben den Wechsel gespürt und dafür haben wir gekämpft. Und ich bin gespannt, wie der Abend oder wie die Nacht ausgeht. Wir haben hier gerade von Frau Weißer-Rölle, von den Linken, eine Theorie gehört, dass die Linken deswegen auch so schwach waren, weil viele die SPD gewählt haben. Das hieße, abgezogen der linken Wechselwähler wären es noch weniger. Was denken Sie, was halten Sie von dieser Theorie? Ja, also die linken Verschwörungstheorien möchte ich jetzt nicht kommentieren. Da muss man dann die Wahlanalyse wirklich abwarten, wie dann die einzelnen Wählerströmungen war. Das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, mit Stefan Weil hatten wir sehr guten Kandidaten und wir waren sehr motiviert. Und das hat man auch an den Ständen gemerkt. Die Leute haben uns sehr gut zugesprochen. Und ich hoffe, es reicht heute Nacht. Sie sehen noch Chancen? Ich sehe noch Chancen, genau. Herr Kirschi, die Zahlen sprechen ja für sich. Die SPD hat sich auf den Umfragewerten sogar erhöht und stabil geblieben. Zum anderen Legislaturperiode von 2008 sogar einen sehr stabilen Zuwachs. Liegt das auch an dem Wahlkampf von Stefan Weil? Sie kennen ihn lange aus dem Rathaus und aus dem Rat der Stadt Hannover? Auf jeden Fall. Wir haben ja letztes Jahr das Zeichen gesetzt. Wir haben ihn als Spitzenkandidaten gewählt auf dem Parteitag. Wir hatten das tolle Ausscheidungsverfahren mit Olaf Lies. Und da hat man schon gemerkt, da ist mehr drin. Und man merkt das ja auch so, wie eine Partei vibriert und auch die Wähler und Wählerinnen. Und das war ein Wahlkampf, wo man gemerkt hat, es ist viel mehr drin als die letzten Jahre. Und wir haben auch die richtigen Themen besetzt. Ob das nun Bildung ist, Wirtschaftspolitik. Und der eindeutige Wahlverlierer ist die CDU. Und die Zweitstimmkampagne ist für die FDP ausgegangen, aber letztendlich nicht für die CDU. Sie sind auch im SPD-Bundesvorstand. Und welche Auswirkungen hat so ein Wahlergebnis, es ist ja noch kein Ergebnis, aber es sind Hochrechnungen und Prognosen, die wir bisher haben, als Potenzial für Rot-Grün im Bund? Ich meine, das ist zwar ein bisschen früh, aber man sieht, die Grünen haben ihre Umfragewerte gehalten. Die SPD hat sie sogar leicht erhöht. Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes und, glaube ich, auch gutes Jahr. Wir als Niedersachsen haben eine gute Wahl vorausgelegt und die Bundespartei hat uns ja auch sehr geholfen. Hannelare Kraft war jetzt am Donnerstag in Berlin. Und es ist was drin in diesem Jahr, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause von hier, denn weitere Hochrechnungen erwarten wir bald. Und wir schauen jetzt auf ein Thema, das für Niedersachsen sehr, sehr wichtig ist. Es ist das Thema Umweltpolitik und Agrarpolitik. Und schauen da, welche Themen da gesetzt wurden und wie der Wahlkampf betrieben wurde. Vor zwei Wochen hat Niedersachsens Umweltminister Stefan Birkner verkündet, ein paar hundert Vorschläge nach und nach in ein paar Jahren abzuarbeiten. Diese Vorschläge sind schon zum Teil vor einem Jahr vorgestellt worden. Das Umweltministerium hat es also nicht allzu eilig damit, die Maßnahmen der von ihr eingesetzten Regierungskommission umzusetzen. Der Biologe Rainer Buchwald von der Universität Oldenburg. Also da braucht sich die Landesregierung nicht so zu brüsten. Aber sie hat deutliche Defizite, muss man ganz klar sagen. Ich bin selbst Ökologe. Moore werden ganz stark landwirtschaftlich genutzt. Da geht eine ganze Menge an CO2 raus, auch Stickoxide zum Teil. Da passiert überhaupt nichts. Man lässt die Landwirtschaft gewähren. Überhaupt die Landwirtschaft ist so ein Punkt, wo sich niemand so richtig dran wagt. Denn aus dieser intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind zum Teil enorme Emissionen zu bewerkstelligen. Und wenn die Landwirtschaft darüber nachdenkt, denkt sie über Anpassungsstrategien, aber nicht über Vermeidungsstrategien. Also wie kann ich weniger emittieren, sondern schaut nur, welche Kulturpflanze ist vielleicht besser als eine andere. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das Umweltministerium möchte mit ihrer Klimapolitik die Menschen nicht bevormunden. Ihre Klimapolitik soll möglichst im gesellschaftlichen Dialog entwickelt werden. Wir müssen Prozesse in Gang setzen, dass die Klimarelevanz und die Energieeffizienz überall selbstverständlich mitgedacht wird. Und da lässt sich eben nicht das eine große Thema auf ein Schild heben, sondern wir müssen eben, und das ist gerade das Hartnäckige, was einem von der Politik abverlangt wird. Und gerade in diesem Themenfeld, wir müssen die kleinen Themenfelder identifizieren und sie dann konsequent bearbeiten. Deiche erhöhen für den Küstenschutz, Rückhaltebecken anlegen, Haushalte zum Energiesparen anregen. Umweltminister Stefan Birkner verkaufte diese Maßnahmen für den Klimaschutz als bundesweit einzigartig. Das ist überhaupt nicht neu, darüber denkt man seit 10 oder 15 Jahren schon nach. Aber das in den Vordergrund zu stellen, ist natürlich Quark. Es geht wirklich grundsätzlich um Energiesparen und um Vermeidungsstrategien. Also wie können wir höhere CO2-Emissionen oder andere Emissionen eigentlich verhindern? So richtig viel fürs Klima hat die Landesregierung in den letzten fünf Jahren nicht auf die Beine gestellt. Vieles ist vorbereitet worden, das stimmt. Doch Klimaschützen, Umwelt erhalten, das sind scheinbar nicht die wichtigsten Themen. Also als erstes haben wir einen Prozess in Gang gebracht mit unserer Regierungskommission Klimaschutz, der eben breit gesellschaftlich aufgestellt ist und breit getragene Empfehlungen gebracht hat. Zum zweiten haben wir ganz konkret Forschungsprojekte angeschoben, die uns sagen sollen, worauf muss sich Niedersachsen einstellen, damit man dann eben sich auch tatsächlich drauf einstellen kann. Da gibt es den Forschungsverbund Klimafolgenforschung. Und als drittes haben wir zum Beispiel ganz konkrete Maßnahmen ergriffen. Wir haben den sogenannten Vorsorgemaßstab beim Küstenschutz, also beim Deichbau von 25 auf 50 Zentimeter erhöht, um eben schon gewappnet zu sein für einen möglicherweise stärker ansteigenden Meeresspiegel. Auch nicht so richtig konkret, Herr Minister, das hilft dem Klima nicht viel weiter. Der Biologe Rainer Buchwald von der Uni Oldenburg formuliert, worauf es ankommt. Also wenn wir mal ganz konkrete kommunale Projekte anschauen, die den Klimaschutz im Visier haben, dann kann man zum Beispiel sagen, wir schaffen in unserem kommunalen Park oder auch im Landespark, was die Autos angeht, eben energiesparende Autos an. Das geht ganz schnell. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wir könnten zum Beispiel Tempolimit einführen. Das kann man ja auf Landstraßen, Kreisstraßen etc. schon sehr schnell machen. Bei Bundesstraßen ist es etwas aufwendiger, aber ganz konkret in Oldenburg Tempo 80 auf der Ringautobahn. Das geht relativ schnell, wenn man das nur wirklich will. Fazit, viele Kommissionen erarbeiten viele Maßnahmen. Es werden viele Broschüren gedruckt, aber konkrete Ziele, die dem Klimaschutz dienen, Fehlanzeige. Ja, so ganz unzufrieden sind die Niedersachsen mit Herrn Birkner ja doch nicht, denn er wurde belohnt mit über 9 Prozent. Fast 10 waren es am Anfang, aber es werden wohl weniger. Und Herr Birkner ist auch einer der, der hier freudestrahlend herumläuft, einer von vielen Politikern, manche noch etwas zweifelnd. Und zwei, die das miterleben dürfen von der jungen Presse, sind bei uns. Es sind Luisa Mayer und Eva Klaassen. Herzlich willkommen. Hallo. Was macht ihr hier im Landtag heute? Wir sind auf einem Landtagswahlreportageseminar, kurz La Tavarese von der Jungen Presse. Gestern hat das angefangen und wir haben uns gestern schon mit den Wahlprogrammen beschäftigt und haben auch mit dem Herrn Schostock gesprochen von der SPD und mit Vertretern von den Jugendverbänden. Und heute erleben wir alles hier hautnah. Die ganze Wahl ist es unglaublich aufregend für uns. Ja, Eva, für dich, Luisa sagt es gerade, unglaublich aufregend. Hier laufen viele Leute rum, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Berufszweig, den ihr irgendwann mal ergreifen wollt, wenn euch das jetzt schon in den frühen Jahren interessiert. Wie ist das, wenn man auf solche Leute trifft wie Jürgen Trittin oder auch Uwe Schünemann oder auch den Ministerpräsidenten David McAllister von Niedersachsen oder Stefan Weil? Wie ist das? Ja, es ist natürlich schon besonders aufregend. Aber wie Sie es eben schon gesagt haben, als junge Journalist ist es für uns eine sehr spannende Erfahrung. Für uns als junge Journalisten ist es tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung, wie das jetzt tatsächlich mal mit den Politikern zusammenzutreffen, wie das hier so alles auch abläuft. Sehr spannend. Sind die doch erschreckend distanziert oder ist es genau das Gegenteil, dass man denkt, oh Mensch, die sind doch ganz locker eigentlich? Zu uns sind die eigentlich immer sehr freundlich gewesen bisher. Ja, und habt ihr ihnen irgendwas entlocken können? Also irgendeine Sache, die euch überrascht hat? Also mit richtigen Promis haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Sie sind immer nur an uns vorbeigelaufen. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir heute Abend nochmal auf einer Wahlparty vielleicht mit jemandem sprechen können. Wir waren eben bei der SPD, Stefan Walder war da gerade noch nicht da. Aber als das Interview mit ihm gesendet wurde, war da Stimmung hoch drei. Das war total klasse zu erleben. Ihr habt ja die Zahlen auch gesehen, die da jetzt in den ersten Prognosen da sind von der ARD. Überrascht euch das, vor allem die FDP, dass die bei knapp 10 Prozent im Moment rumsteht? 9,6 die letzten? Ja, besonders die FDP war für uns ziemlich überraschend. Eben dieser Sprung, ich glaube, es waren bis zu 7 Prozent zu den Umfragen. Also für uns ist es auch, wir freuen uns ja auch schon auf den Abend, wie das jetzt wird. Wird es Rot-Grün, wird es Schwarz-Gelb am Ende? Also ich fand das auch sehr überraschend. Ich hätte damit gerechnet, dass CDU-Wähler schon FDP wählen, aber nicht, dass es dermaßen viele sind. Das ist unglaublich. Ja, wir bedanken uns bei euch und für eure Eindrücke. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß heute im Landtag, auch bei den Wahlpartys und nehmt so viel mit wie möglich. Und wir haben es eben angesprochen, die FDP, da wurde mit Sicherheit gefeiert. 9,6 Prozent Prognose, da schauen wir jetzt mal hin. Aus der Fraktion im niedersächsischen Landtag, die FDP. Und da sehen wir... Ja, und da sehen wir die FDP-Fraktion kurz vor Bekanntgabe der ersten Prognosen durch die ARD. Und da wird noch gesprochen und da wird überlegt und da wird diskutiert und man weiß nicht so richtig, wer wohin. Und hier sehen wir gerade Jens Mayburg im Bild aus Hannover. Wir sind wieder drauf und haben hier zwei Grüne bei uns zu Gast, die bei diesen Wahlen ja die Garanten für sichere Zahlen waren. Warum ist das so? Einmal muss man mal sagen, wer Rot-Grün will, muss Grün wählen. Wir sind die Garanten dafür, dass es eine Chance gibt für den Wechsel. Alles, was das schwarz-gelbe Lager verloren hat, haben wir hinzugewonnen. Und die SPD, die muss sich jetzt mal ein bisschen an den Riemen reißen, um ihren Beitrag zu leisten. Frau Botmar, Sie sprechen das an. Herr Kindler, wie sieht es aus? Was muss die SPD noch leisten, um noch ihr großer Partner zu bleiben? Ich glaube, man kann von den Grünen lernen, auch im Landtagswahlkampf. Wir haben bewusst auf Themen gesetzt im Landtagswahlkampf. Energiewende, Agrarwende, neue Bildungspolitik gegen Studiengebühren. Ich glaube, man muss gerade die Inhalte in den Fokus nehmen und im Bundestagswahlkampf auf das Thema Gerechtigkeit setzen. Und das können wir auch mit Rot-Grün gemeinsam das schaffen im September. Inwieweit sehen Sie das als Trend, Frau Putmar, für die Bundestagswahlen? Also ich finde eindeutig der Trend hin zu Rot-Grün. Also wir haben ja gemeinsam hier in Niedersachsen gewonnen. Wenn man sich mal zurückerinnert, wie das noch sozusagen vor einem Jahr aussah, da wirkte das fast chancenlos. Also ich glaube, dass man deutlich sagen kann, das Wahlergebnis hier in Niedersachsen gibt auch dem Rot-Grün-Projekt in Berlin Rückenwind. Es ist ja teilweise so, dass Sie sehr stark auf Themen gesetzt haben, die teilweise bei den anderen nicht unterkommen. Ist der Wahlkampf relativ grau gewesen sonst? Herr Kindler? Ja, also ich glaube, der Wahlkampf war wenig zugespitzt. Und unsere Aufgabe als Grüne war es eben auch gerade vor Ort bei lokalen Projekten, zum Beispiel gegen Massentierhaltung, gegen Tierfabriken, dort vor Ort auch Stimmung zu machen, zu mobilisieren. Das haben wir sehr gut geschafft. Und ich glaube, das sieht man auch im Bund, dass wir das bringen müssen, dass wir Merkels Schlafwagenwahlkampf aufmischen wollen. Und das müssen wir zusammen mit der SPD tun. Dann muss die SPD, glaube ich, auch noch ein bisschen in Fahrt kommen. Welche Themen erhoffen Sie sich denn von Ihrem Koalitionspartner? Wo müssen die noch draufsetzen? Also ich glaube, dass die SPD insbesondere mit ihrem Kandidaten Steinbrück noch nicht richtig ihre, sag ich mal, Gerechtigkeitskompetenz nach vorne getragen hat. Sie erinnern sich vielleicht, die Grünen haben hier einen Parteitag abgehalten, gerade zum Thema Sozialpolitik. Und das zeigt mir auch, wir als Grüne, wenn wir das rot-grüne Projekt wollen, dann dürfen wir das Thema Gerechtigkeit nicht einfach der SPD überlassen. Ja, wir sehen, die Grünen können sich noch nicht ganz freuen, denn sicher sind sie nicht Koalitionspartner. Aber sie freuen sich schon mal über ihre stetig guten Ergebnisse. Ja, und wir haben eben schon kurz gesehen die Eindrücke aus der FDP-Fraktion. Da haben wir aber einen kurzen Blick mit der Kamera reingeworfen. Ich habe da versucht, ein bisschen zu deuten, worum es da geht. Ich hatte erhofft, dass man sich freut. Das war dann nicht der Fall. Da wurde noch diskutiert. Aber was zu den bisherigen Prognosen Jens Mayburg aus dem Wahlkreis Hannover Mitte von der FDP sagt, das hören wir jetzt aus dem Landtag. Also ich glaube, wenn man das Ergebnis betrachtet hat, sind wir ein großes Stück erleichtert über dieses Ergebnis, was natürlich sensationell ist. Wir haben sicherlich nie mit einem solchen Ergebnis gerechnet. Anfang Dezember lagen wir in den Umfragen noch bei 3 Prozent. Und dass wir jetzt bei knapp 10 Prozent liegen, ist sicherlich völlig überwältigend für uns. Hätten Sie damit gerechnet? Nein, wir haben am besten träumt nicht. Wir haben in den letzten Tagen gesagt, unser Ergebnis wird zwischen 6 und 7 Prozent liegen. Und dass am Ende sozusagen das nochmal deutlich getopft wurde, ist also jeglicher Vorstellungskraft von uns. Glauben Sie, dass CDU-Wähler taktisch gewählt haben und taktisch die FDP gewählt haben? Naja, in den letzten Tagen des Wahlkampes haben Themen gar keine Rolle mehr gespielt. Es ging darum, schwarz-gelb oder rot-grün. Und die Menschen in Niedersachsen war bewusst, wenn man schwarz-gelb haben möchte, ist es klug, seine Stimme bei der FDP zu machen. Und demzufolge ist sicherlich auch das Ergebnis an der Stelle für uns zu erklären. Und noch ein kurzes Statement zur Wahlbeteiligung? Ja, die Wahlbeteiligung ist sogar angestiegen. Das ist einerseits natürlich immer, wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, dass die Wahlbeteiligung nach oben geht. Aber an der Stelle zeigt es halt auch, dass sozusagen wir Wahlen gewinnen können, auch mit einer hohen Wahlbeteiligung. Ja, da bleiben wir gleich bei der FDP. Jens Mayburg aus dem Wahlkreis Hannover Mitte gerade gesehen. Und jetzt steht neben mir Christian Dürr und der ist wahrscheinlich genauso happy über diese Prognosenzahlen, die wir da gesehen haben. Zuerst waren es 10 Prozent, jetzt ist es leicht runtergegangen auf 9,6. Wie bewerten Sie das? Also natürlich ein super Ergebnis für die FDP, ohne jeden Zweifel. Freuen wir uns drüber. Und Jens Mayburg, den ich seit vielen Jahren kenne, hat das ja eben hervorragend auch nochmal gesagt. Aber trotzdem sind wir bescheiden an der Stelle, sage ich auch ganz deutlich. Wir freuen uns über ein super Ergebnis für die FDP. Ich glaube, die Niedersachsen wollten, dass eine erfolgreiche Regierungskoalition aus CDU und FDP gleichermaßen ihre Arbeit fortsetzen kann. Darum ging es bei dieser Wahl. Rot-Grün ist gegen Schwarz-Gelb angetreten. Das war sehr deutlich. Und unser Ziel ist, dass es jetzt am Ende auch gemeinsam mit der CDU zur Regierung reicht. Sie können es ja wahrscheinlich nicht mehr hören, aber das wurde immer hoch stilisiert als Schicksalswahl für Philipp Rösler. Ist das jetzt eigentlich ein deutliches Zeichen für Ihren Parteichef? Also wir haben im Wahlkampf gesagt, dass die Dinge an der Stelle zu trennen sind. Und ich sage es auch jetzt. Philipp Rösler hat sich über allemaßen in diesem Landtagswahlkampf engagiert als Bundespolitiker. Gemeinsam mit Guido Westerwelle, Daniel Bahr, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, gerade in Hannover noch am letzten Freitag bei der Abschlussveranstaltung. Also von daher ist das eine Teamleistung der FDP in Deutschland und der FDP in Niedersachsen selbstverständlich. Aber ich glaube, die Menschen sind wirklich diese Debatten und Posten und Pösschen in der Politik total leid. Die wollen wissen, regiert er erfolgreich oder nicht. Und in Niedersachsen haben wir das, glaube ich, die letzten zehn Jahre getan. Aber ganz kurzer Einschub noch. Müssen Sie jetzt die Landesliste ein bisschen erhöhen oder verlängern? Nein, nein, nein. Da wird immer vorgebaut. Die Landesliste ist über viele Plätze gewählt und von daher ist das gar kein Problem. Aber ich freue mich auf die neuen Kollegen. Von daher wird es eine super Zeit auch die nächsten fünf Jahre. Herr Dürr, jetzt nochmal kurz die Frage, warum so gewählt wurde. Viele haben ja theoretisiert, es wäre nur aus taktischen Gründen, man wolle die CDU als Regierung haben. Oder sind es doch die Themen oder die Regierungszeit die letzten fünf Jahre? Also ich glaube, es ist tatsächlich sogar die letzten zehn Jahre Regierungszeit. Niedersachsen ist 2003 gestartet, bei Bildungsrankings immer ganz weit unten, auch im Ländervergleich. Wir haben heute, gerade im Jahr 2011, ein Wirtschaftswachstum gehabt in Niedersachsen. Das lag vor Bayern. Das hätte vor zehn Jahren ja niemand gedacht. Das Land ist wirklich erfolgreich unterwegs. Und deswegen haben die Menschen gesagt, warum wollen wir da eine andere Regierung haben? Ja, natürlich haben die Leute taktisch gewählt und ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Die haben mit der Erststimme wahrscheinlich sehr viel die CDU gewählt. Das ergibt ja noch der Abend, wie viele Wahlkreise die CDU gewonnen hat und haben gesagt, wir wollen aber, dass es gemeinsam mit der FDP reicht und wählen damit der Zweitstimme. Die FDP-Wählerstimmen werden von Wählern verliehen, nicht von Parteien. Ja, das ist dazu. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jedenfalls scheinen die Niedersachsen nicht so unzufrieden zu sein. Das haben wir ja schon gehört. Auch mit einem anderen Thema, das Herr Birkner bearbeiten muss, sozusagen mit dem Thema Atompolitik. Und dazu gibt es jetzt einen Beitrag. Die Atompolitik, nein, die Geschichte der ganzen Energiepolitik Deutschlands, ist unweigerlich mit dem Namen eines kleinen Dorfes im nordöstlichsten Zipfel Niedersachsens verbunden. Das Dorf heißt Gorleben und ist Symbol für einen der größten gesellschaftlichen Konflikte der letzten vier Jahrzehnte. Nach dem Willen der damaligen SPD-Bundesregierung und CDU-Landesregierung soll in den 70er Jahren in Gorleben ein großer atomindustrieller Komplex eingerichtet werden. Dies stößt auf massive Proteste der erstarkenden Umweltbewegung. Etliche der ursprünglich konservativen Bauern des Landkreises Lüchow-Dannenberg schließen sich den Widerstand gegen die Anlagen an. So ist die Geschichte Gorlebens auch eine Geschichte der niedersächsischen Grünen. Eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll verhindern die Gegner. Nicht jedoch ein Zwischenlager und ein Erkundungsbergwerk für einen Atommüllendlager. Ab 1994 sorgen vor allem die Castortransporte, die Überführungen von hochadioaktivem Müll aus Frankreich, für regelrechte Ausnahmezustände im Wendland, der Region und Gorleben. Polizei und Bürger liefern sich hier Auseinandersetzungen, auch unter rot-grüner Bundesregierung. Diese beschließt den mehrstufigen Ausstieg aus der Atomenergie und einen vorläufigen Erkundungsstopp in Gorleben. Beschlüsse, die das zweite Kabinett Merkel 2009 mehr oder weniger kassiert. Die Anti-Atom-Bewegung erwacht wie ein schlafender Riese. Doch erst der Super-GAU im japanischen Fukushima bringt 2011 die entschiedene Wende. Nun nimmt auch die CDU Abschied von der Atomenergie. 2022 sollen die letzten deutschen Atomreaktoren vom Netz gehen. Denn Energie aus Kernspaltung ist zwar günstig, sind die Reaktoren erst einmal gebaut und so gut wie CO2-frei. Aber in der deutschen Gesellschaft scheint eine Mehrheit das Restrisiko der Atomkraft abzulehnen. Stand der Dinge in Gorleben? Bundesumweltminister Peter Altmaier stoppte im Dezember vorerst die Erkundungen. Damit ist einer Konsensfindung der Weg geebnet. Also auch einem erneuten Endlagersuchverfahren. Und zwar bundesweit, nicht nur in Niedersachsen. Können Sie hübsch aussehen? Ja, während hinter uns ganz wild der Herr Weil fotografiert wird, der hier rumläuft, der vielleicht nicht ganz zu den Siegern heute Göttmann Weißes nicht sieht, haben wir alle zu Gast, die wahrscheinlich eher zu den Gewinnern gehört, denn sie kann sich stabilisieren. Die Grünen sind immer noch die sichere Instanz hier in Niedersachsen. Warum ist das so, Frau Westfeli? Ja, also erstmal glaube ich, wir haben einfach ein super Wahlergebnis jetzt gehabt. Mit den 13 Prozent konnten wir sozusagen bei den Umfragewerten bleiben. Darüber freuen wir uns natürlich total. Also wir waren viel auf der Straße, waren vor Ort und haben den Leuten erklärt, was unsere Politik eigentlich ist. Also dass wir die Zukunft sehen in der Umgestaltung der Energieerzeugung, dass das unsere Antwort ist auf viele Fragen der Zukunft, auch im Bereich der Wirtschaft, dass wir Chancengleichheit in der Bildung haben wollen und so weiter. Sie haben ja sehr auf niedersächsische Themen auch gesetzt, zum Beispiel zum Thema Massentierhaltung. Das haben die anderen Parteien nicht gemacht. War das vielleicht nicht so klug? Also die Strategien der anderen Parteien möchte ich nicht so gerne kommentieren, aber für die Grünen kann ich sagen, dass das ein sehr wichtiges Thema schon immer gewesen ist. Also der ganze Bereich Verbraucherschutz, Ernährung und natürlich auch die Landwirtschaft, also da, wo die landwirtschaftlichen Produkte dann eigentlich erzeugt werden. Und da müssen wir definitiv auch eine Wende hier hinkriegen in Niedersachsen, dass wir die bäuerliche Landwirtschaft und die Vielfalt auch gerade in der Landschaft stärken, wieder dahin zurückkommen. Ja, wir haben gerade gesagt, Herr Weil ist hier durchgerauscht. Ich glaube, die Laune ist nicht die beste. Ja, was ist mit Ihrem Koalitionspartner passiert? Was ist mit der SPD los? Das fragen Sie am besten den Koalitionspartner selber. Also ich bin hier als Spezialistin für die grünen Ergebnisse und für unseren Wahlkampf und würde eigentlich lieber dazu auch reden. Frau Vespili, dann fange ich mal weiter. Sie treten in einem Wahlkreis an, den vorher Enno Hagener hatte. Der kandidiert nicht wieder für den Niedersächsischen Landtag. Sie treten da ein schönes Erbe an, weil Enno Hagener hat sich als wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion einen Namen gemacht. Sie waren lange Jahre als Mitarbeiter bei Herrn Hagener. Wie werden Sie seine Politik fortführen oder wie wollen Sie sie fortführen? Wie wollen Sie seiner Politik noch eine eigene Handschrift geben? Also erstmal finde ich seine Politik im Verkehrsbereich, der ja auch dazu gehört hat, und im Wirtschaftsbereich fand ich immer sehr gut. Die werde ich so weit, dass dann, also die Fachbereiche sind ja noch nicht aufgeteilt innerhalb der Fraktion, aber sollte es irgendetwas in dem Bereich sein, was in meine Zuständigkeit fällt, dann werde ich diese Pfade, die er eingeschlagen hat, auch fortsetzen. Durch dieses sehr gute Wahlergebnis haben wir einfach ja viel mehr Abgeordnete dann in der zukünftigen grünen Fraktion und vor allen Dingen auch mehr Abgeordnete aus Hannover in der Fraktion. Also bei zum Beispiel derzeit 19 Plätzen wären drei Abgeordnete aus der Region Hannover. Im Landtag würden die Grünen vertreten und damit hat man natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, hier im Wahlkreis vor Ort zu sein und die Themen, die im Land wichtig sind, auch dann sozusagen hier auch vor Ort zu platzieren und ja, dazu sie vor Ort zu bringen. Frau Westfeele, ich danke Ihnen für den Besuch und ich denke, Sie stehen auf der Liste so weit oben mit dem jetzigen, mit der jetzigen Prognose ziehen Sie in den Landtag ein und dazu sage ich ganz herzlichen Glückwunsch aus Hannover. Ja, danke schön. Vorgegriffen. Danke schön. Ja, wir haben schon wieder die Grünen hier als Garanten für sichere Ergebnisse. Vielen Dank. Denn laut Umfragen liegt die Partei bei 13 Prozent der Stimmen. Ein solider Wert. Knapp wird es trotzdem, wenn die FDP die Fünf-Prozent-Hürde schafft. Davon lassen sich die Grünen aber nicht aus der Ruhe bringen. Doch am vergangenen Donnerstag standen die beiden Spitzenkandidaten Anja Piel und Stefan Wenzel sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Silvia Löhrmann, zuerst der Moderatorin und dann dem Publikum Rede und Antwort. Ein wichtiger Punkt vor der Wahl neben der Energiewende und der Agrarpolitik ist in den Augen von Anja Piel die Bildung. Also wir haben die Studiengebühren, die wir unbedingt abschaffen wollen. Diese Bildungsbarriere für junge Menschen, dieses Hindernis hier im Land zu studieren, wollen wir ganz, ganz früh mit dem gemeinsamen Koalitionspartner abschaffen. Das wird eine der großen Anstrengungen sein, die wir zu leisten haben. Und wir wollen natürlich auch die Zulassungsbedingungen für integrierte Gesamtschulen so gestalten, dass mehr integrierte Gesamtschulen vor allen Dingen in der Fläche zur Verfügung stehen und Elternwillen und auch der Willen von Kindern und Jugendlichen mehr stattfinden kann bei der Bildung. Ein spannender Politkrimi im beschaulichen Niedersachsen. Ausgang offen. Ja, mehr als überraschend dieser Abend. Und wir machen nochmal einen Blick auf die Zahlen. Es sind zwar noch keine aktuelleren, aber wir gucken nochmal auf die Grafik, die sich hinter mir schon aufgebaut hat. Da ist die CDU weiterhin nach den Prognosen der ARD-Kollegen bei 36,4 Prozent, die SPD bei 32,7 Prozent, die FDP wieder leicht gestiegen auf 9,7 Prozent von ursprünglich 10 nach der Prognose und dann auf 9,6 runtergegangen, jetzt bei 9,7. Die Grünen erhöht auf 13,6 Prozent, die Linke wieder ein bisschen runtergegangen auf 2,9 Prozent und die Piraten stabil bei, denke ich mal, nicht so begeisternden in der Partei 1,8 Prozent. Da wird viel geredet, das schätze ich mal. Und die Sonstigen bei 2,9 Prozent in Niedersachsen nicht unüblich. Clara, das ist echt ein interessantes Ergebnis von der Prognose, die wir jetzt gerade gesehen haben. Hast du da jetzt irgendwelche Sachen, die du da ableiten kannst? Ja, also ich denke, die FDP kann sich auf jeden Fall unglaublich freuen. Und auch wenn sie das sagen, sie hätten es nicht erwartet, davon gehe ich aus, dass dieser Umschwung ist. Und in der Hatz wurde ja eine große Anzeige geschaltet, man solle der FDP mal eine Klatsche geben, dass sie wieder aufsteht. Vielleicht steht sie schon von alleine auf. Wir sind gespannt. Und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf die ersten Einblicke. Und zwar dürfen wir endlich mal auf die Wahlparty schauen von der FDP, denn die feiern ordentlich. Da wurde richtig gefeiert. Ja, schauen Sie sich um. Das war eigentlich sehr positiv. Und die letzten zwei Wochen des Wahlkampfes haben eigentlich gezeigt, dass da ein richtiger Ruck durch die ganze Gruppe gegangen ist. Und ich denke mal, das wird sich auch mal ergeben. Und was erwarten Sie heute von dem Wahlergebnis? Zumindest einen klaren Wiedereinzug in den Landtag und einen fortbestandenen Prognose. Das ist natürlich immer schwierig, weil wir wollen ja Wahlen gewinnen und keine Umfragen. Aber ich denke mir, wir werden ganz klar über die 5 Prozent kommen. Das wird eher im Bereich zwischen 6 und 7 sein. Und da muss man sehen, wie weit die CDU da noch punkten kann. Aber es müsste meiner Ansicht nach für eine fortsetzende Koalition klar reichen. Und hier auf der Wahlparty, wie wird das dann weitergehen, wenn das Ergebnis bekannt gegeben ist? Was können die Leute hier machen? Ich denke mal, je besser das Ergebnis, desto besser der Umsatz. Also feiern kann die FDP. Konnte sie immer schon. Und wir blasen also kein Trübsal, auch wenn wir mal schlechte Ergebnisse haben. Sondern wir treffen uns nach der Wahl und tauschen sie aus. Treffen alte Kumpels, mit denen wir Wahlkampf gemacht haben. Und es ist auch so ein bisschen ein Dankeschön an alle, die sich in der Kälte jetzt rumgetrieben haben und probiert haben, die Argumente an den Wähler zu bringen. Und ich denke mir, das ist auch gut gelungen. Und ich denke mir, das ist auch gut gelungen. Also ich denke mir, das ist auch gut gelungen. Die Josephs, erstes Ergebnis oder Hochrechnung. 9,5 Prozent gleich 14 Sätze für die FDP. Bekannt gegeben wurden, viel zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Nach den ersten Urigen ist es natürlich total super, also 9,5 Prozent. Damit hat natürlich die ganze Nation nicht gerechnet. Und wir haben jetzt hier in Niedersachsen gezeigt, dass die FDP es kann. Und das ist halt schon total beeindruckend jetzt. Und bleibt noch so ein bisschen die Angst, dass sich da jetzt noch groß was dran ändert bei den weiteren Hochrechnungen? Naja, also ich glaube eigentlich nicht, dass da noch große Änderungen kamen jetzt in den Hochrechnungen. Es wird wohl um die 9,5 bleiben. Die Hoffnung ist natürlich da, dass wir noch auf 10 Prozent hochgehen. Aber wir rechnen erst mal über die 9,5. Wie geht das jetzt hier auf der Party weiter? Wird gefeiert? Was wird gefeiert? Ja, wir feiern natürlich jetzt auf der Party ganz exzessiv den ganzen Abend durch. Bei so einem Ergebnis haben wir uns das glaube ich auch verdient hier in Niedersachsen. Ja, und neben mir steht jetzt Stefan Weil, der Spitzenkandidat der SPD in Niedersachsen. Hallo Herr Weil. Hallo zusammen. Die ersten Prognosen der ARD. Was haben Sie da gedacht, als die über die Bildschirme flimmerten? Ach, das hat bestätigt das, was ich erwartet habe. Ein ganz knappes Rennen. Und dieses knappe Rennen, das ist ja auch noch nicht zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, das wird heute ein längerer Abend. Und jetzt kommt es darauf an, die Nerven und die gute Laune zu behalten und beides habe ich. Wie machen Sie das jetzt, gerade aktuell? Sie werden lachen, aber ich hatte wirklich einen schönen Tag. Ich habe gut geschlafen und nachdem wir wählen gewesen sind, meine Frau und ich, bin ich erst mal anderthalb Stunden wirklich schön durch den Wald gerannt, durch die Eilenriede. Dann habe ich wieder gut geschlafen, nämlich einen ausgiebigen Mittagsschlaf. Sie haben einen wirklich sehr ausgeruhten und ausgeglichenen Menschen gerade vor sich. Die Linken haben ja die Theorie teilweise schon aufgestellt, dass sie deswegen verloren hätten, weil die SPD so fleißig gewählt worden wäre. Das heißt, Sie liegen eigentlich noch darunter. Was halten Sie von dieser Theorie? Also das finde ich jetzt etwas fernliegend, aber im Übrigen ist es natürlich an einer Stelle plausibel. Jede Stimme für die Linke ist heute Abend eine für Herrn McAllister gewesen. Das muss man so nüchtern konstatieren, wenn die Linken am Ende bei dreieinhalb oder wo auch immer Prozent landen sollten. Dann müssen alle Wählerinnen und Wähler der Linken feststellen, ja, ich habe dafür gesorgt, dass Schwarz-Gelb möglicherweise die Nase vorn hatte, indem ich die Linke gewählt habe und nicht SPD oder Grüne. SPD und Grüne haben ihre Umfragewerte in den ersten Prognosen also deutlich zementiert. Wie überrascht haben Sie die 10 Prozent oder jetzt in den letzten die 9,6 Prozent der FDP? Ja, die hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Da ist die Leihstimmkampagne der CDU offenbar erfolgreicher gewesen, als es ihr selbst recht sein kann. Und deswegen gehe ich einmal davon aus, dass Herr McAllister heute Abend schlechtere Laune hat als ich. Trotz allem bleibt es bei einer ganz knappen Nummer. Was denken Sie, wie lange dieser Abend heute noch gehen wird? Also ich weiß nicht, ob wir zwischen 22 und 23 Uhr möglicherweise dann das endgültige Ergebnis haben werden. Für mich persönlich wird der Abend sicher länger werden. Alles klar. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Weil. Wir freuen uns, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Und wir haben auch ein schönes Porträt von Herrn Weil vorbereitet. Und passenderweise senden wir es jetzt. Ich bin ehrlich gesagt seit Jahrzehnten ein eingefleischter James-Bond-Fan. Stefan Weil, ein Mann mit Mission. Er will den Wechsel für Niedersachsen. Ich habe mich besonders überzeugt in den letzten Wochen, wie der Stefan Weil sich auseinandergesetzt hat mit der Frage, wie ist eigentlich vor Ort weiter? Einer, der sich da für die Städte und Gemeinden einsetzt. Und natürlich ist Niedersachsen auch ein großes Land und das wird eine wichtige Stimme auf der Bundesebene. Ich glaube, dass Stefan Weil in der Kommunalpolitik gezeigt hat, dass er Herz und Verstand auf einen Nenner zu bringen weiß, dass er nah bei den Menschen ist. Weil er dieses Land voranbringen wird. Er wird es sozialer und gerechter machen. Und das ist aus meiner Sicht dringend erforderlich, gerade mit Blick auf die Studiengebühren. Seine Parteikollegen trauen ihm den Sieg zu. Dafür muss er sich aber erstmal gegen McAllister durchsetzen. Im Vergleich zu ihm gilt Weil als zurückhaltend und unscheinbar. Leidenschaft beweist er beim Langstreckenlauf und beim Fußball. Wenn Sie bei Hannover 96 mitspielen würden, in welcher Position würden Sie dann spielen? Sportlich gesehen wird man im Laufe seines Lebens als Fußballspieler immer weiter runtergereicht. Also man fängt als Stürmer an und landet in der Abwehr. Wenn Sie es jetzt politisch meinen, dann glaube ich im zentralen Mittelfeld. Ja, er hat sehr viel Humor, aber natürlich auch die notwendige Ernsthaftigkeit und Konsequenz, Probleme anzugehen und zu lösen. Ja, ich meine, abgesehen davon ist er jemand, der mit Geld umgehen kann. Das ist in der Politik nicht ganz unwichtig. Sympathiepunkte sammelt er als Oberbürgermeister von Hannover seit 2006. Aber reichen die Wählerstimmen auch außerhalb der Hauptstadt Niedersachsens? Erstes Ziel also, Bekanntheitsgrad erhöhen. In der Partei muss Weil das nicht mehr. Sie stärkt ihn den Rücken. Ganz nach dem Motto. You'll never walk alone. Und das kann man nämlich so richtig schön unter der Fusche laut singen. Mit uns singt die neue Zeit. Ja, eben hatten wir noch im Studio live hier im Hannoverischen Landtag, im Niedersächsischen Landtag in Hannover, jetzt im Porträt. Und jetzt steht neben mir der scheidende Fraktionsvorsitzender der SPD im Niedersächsischen Landtag, Stefan Schostock. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank. Schönen Abend wünsche ich Ihnen auch. Ja, es wird ja sozusagen einen Ringtausch geben. Stefan Weil wird in den Landtag gehen, Sie vielleicht ins Rathaus als Oberbürgermeister von Hannover. Das ist ja jetzt so eine Sache, die kann man ja schon mal langsam einleiten. Aber ich denke nicht am heutigen Abend, wir müssen es voranstellen. Es ist ein spannender Wahlabend. Und was dann im September bei der Oberbürgermeisterwahl ist, da können wir dann noch neue Sendungen machen. Genau. Aber ich wollte mal fragen, inwieweit überrascht Sie das Ergebnis von Rot-Grün? Weil da, das ist eigentlich die beiden Parteien, die ihre Umfragewerte so gehalten haben, wie sie eigentlich auch in den Umfragen waren, leicht erhöht. Kam das für Sie so, wie Sie das erwartet haben? Also, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird, das habe ich erwartet. Wir haben wirklich es geschafft, die schwarz-gelbe Landesregierung jetzt schon mal an den Rande einer Niederlage zu bringen. Wir haben auch eine unglaubliche Leihstimmenkampagne für eine wirklich inhaltlich sehr leere FDP erfahren. Herr McAllister hat für die CDU, das sieht eben jetzt deutlich danach aus, ein wirklich fast historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Die Probleme, die er jetzt hat in der CDU, die möchte ich gar nicht in der SPD haben. Also, wir sind im Augenblick sehr zufrieden und wir hoffen, dass wir die fehlenden tausend Stimmen vielleicht bekommen. An der FDP kommen wir heute gar nicht vorbei. Bei den Prognosen, die da über die Bildschirme flimmern, 9,6 Prozent, das sind ja für Hannover eigentlich schöne Zahlen. 96, wenn man das mal so hinstellt, aber für die FDP doch unerwartet, oder? Diese Leihstimmenkampagne ist vollständig aus dem Ruder gegangen. Dort sind CDU-Wähler nur auf FDP orientiert worden. Das konnte man anscheinend auch nicht mehr bremsen. Am Ende kann es sogar geschadet haben. Ich glaube, dass wir einfach feststellen müssen, dass CDU und FDP in den letzten fünf Jahren über sieben Prozent verloren haben hier in Niedersachsen. Und das freut mich so, dass wir eben mit einem starken SPD-Ergebnis, mit einem sehr starken grünen Ergebnis, eben auch, das sage ich als Hannoveraner, weil wir hier in guter rot-grüner Tradition eben auch arbeiten, gezeigt haben, wir bringen diese Landesregierung, die Schwarz-Gelbe, an den Rand einer Niederlage. Vielleicht gewinnen wir ja auch noch. Herr Schostak, der Ministerpräsident David McAllister war ja relativ beliebt, wenn man die Umfragen sieht, dass er eher gewünscht war als Ministerpräsident als Herr Weil. Haben Sie jetzt mit Herrn Weil auf jeden Fall den Kandidaten, den Sie sagen, das ist die Zukunft Niedersachsens? Der ist goldrichtig, dieser Stefan Weil. Und jeder merkt auch, mit was für einem Format er heute eben auch seine Rede geführt hat, wie er sich bei der Bevölkerung bedankt hat, wie er auch über den politischen Gegner auch gut geredet hat. Denn wir haben einen wirklich ausnehmend fairen Wahlkampf hier erlebt. Das wünschen sich auch viele Menschen. Deswegen haben wir vielleicht auch wirklich eine Steigerung bei den Zahlen insgesamt der Menschen, die zur Wahl gegangen sind. Und insofern, Herr Weil, der hat sich hier bundespolitisch in kürzester Zeit profiliert und in Niedersachsen hat er auch jetzt in den letzten Wochen deutlich aufgeholt. Bekanntheitsgrad ist jetzt top und die Beliebtheit, die wächst ja auch rasant. Wir werden sehen, ob er noch bekannter wird in den nächsten Jahren, denn dann ist er vielleicht Ministerpräsident. Er wird jetzt in der Landespolitik auf jeden Fall arbeiten und meine Hoffnung ist, heute Abend können wir vielleicht noch feststellen, dass er auch Ministerpräsident wird. Vielleicht von mir noch die allerletzte Frage. Die habe ich Stefan Weil eben auch gestellt. Womit rechnen Sie? Wie lange wird dieser Krimi heute Abend noch dauern? Ich habe das schon mal erlebt, dass es bis vier Uhr nachts gedauert hat, bis ich wusste, wie der letzte Wahlkreis ausgezählt wird. Wir haben in den 90er Jahren schon mal eine ganz spannende Wahl und am Ende eine Einstimmenmehrheit für die SPD im Parlament gehabt. Und so spannend kann es heute auch werden. Meine Hoffnung ist aber, dass wir um halb elf Bescheid wissen. Was wünschen Sie sich für Ihren Wahlkreis-Nachfolger? Da übernimmt ja Hans-Michael Hönsch sozusagen Ihren Wahlkreis. Ja, das ist ein Wahlkreis, in dem man natürlich wunderbar lebt. Die Menschen sind total aufgeschlossen. Der macht richtig Spaß. Wir haben sehr viele Migranten, wir haben sehr viele Kaufleute. Also das ist ein ganz spannender Wahlkampf. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allen Dingen, dass er es auch genießt. Also mit den Menschen dort kann man wirklich wunderbar leben und Politik machen. Die wollen beteiligt werden. Die sind ohnehin sehr engagiert. Das ist einer der engagiertesten Wahlkreise. Und da kann ich ihm dann wirklich nur viel Glück und Erfolg wünschen. Stefan Schostock-Scheidener, Fraktionsvorsitzender der SPD im Niedersächsischen Landtag und Kandidat für den Oberbürgermeisterposten im Oktober in Hannover. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Schönen Abend Ihnen. Danke. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Politik zum Anfassen. Und Martin, du hast zu diesem Thema ein Gespräch geführt. Genau. Und das Gespräch war mit Gregor Demel vom Verein Politik zum Anfassen e.V. Und da ging es darum, wie mobilisiert man junge Menschen für Politik? Wie führt man sie an politische Prozesse heran? Herr Demel, wie vermitteln Sie Politik an Jugendliche? Für uns vom Verein Politik zum Anfassen ist es wichtig, dass die Jugendlichen selber machen. Also wir lassen die Jugendlichen selber machen. Jetzt zum Vorfeld der Landtagswahl haben wir zum Beispiel in der Goethe-Schule selber eine virale Kampagne zum Wählen gemacht. Oder die Schüler haben Umfragen gemacht. Oder sie beschäftigen sich selber mit der Politik und agieren wie Politiker. Und das ist uns ganz wichtig, dass sie also selber erleben, wie das ist. Wie sieht das Politikverständnis von Jugendlichen aus? Eigentlich gibt es da keinen Unterschied zu dem Politikverständnis von Erwachsenen. Und es deckt sich tatsächlich auch mit dem Politikverständnis von den Politikern. Wir haben beide Gruppen befragt vor der Landtagswahl. Und für beide sind dieselben Themen wichtig. Soziale Gesichtspunkte, Bildung etc. Haben Sie den Eindruck, dass sich Politiker über symbolische Auftritte hinaus auch für die Belange von Erstwählern interessieren? Wir binden ja Politiker immer in unsere Projekte mit ein. Das heißt, die müssen mit den Schülern zusammenarbeiten oder sie kommen mit den Schülern zusammen. Und da haben wir immer positive Resonanzen gehabt. Das heißt, egal wie voll der Terminkalender ist, für Jugendliche haben Politiker in der Regel Zeit. Wie ist politische Bildung in Niedersachsen finanziert? Gut? Schlecht? Durch den Wegfall der Landeszentrale für politische Bildung ist zwar einerseits eine große Lobby weggebrochen. Auf der anderen Seite gab das natürlich auch Räume für Vereine wie uns und bürgerschaftliches Engagement. Also man kriegt Finanzierung für politische Bildung in Niedersachsen. Okay. Aber wie muss politische Bildung generell heutzutage aussehen? Reicht da eine Facebook-Seite? Auch eine Facebook-Seite ist ein guter Anfang, um zu sehen, wie soziale Netzwerke und Politik zusammengehören. Aber ich denke, politische Bildung soll immer auch die Ideen der Jugendlichen mit einfließen lassen und soll die Jugendlichen machen lassen. Dann funktioniert sie. Und dann sind Jugendliche auch gar nicht Politik verdrossen. Gregor Demel vom Verein Politik zum Anfassen e.V. Vielen Dank für die Einschätzung. Dankeschön. Also für Jugendliche ist es durchaus wichtig, dass sie das Internet benutzen. Das haben wir gerade gesehen. Und bevor wir zu dem Beitrag kommen, der das bespricht, haben wir hier noch einen weiteren Gast. Ja, wir haben nämlich unsere aktuelle Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Johanna Wanka, hier zu Gast im Studio. Frau Wanka, ganz am Anfang, wie bewerten Sie diese ersten Prognosen, die über die Bildschirme geflimmert sind, für die CDU und auch für zum Beispiel die FDP, ihren Koalitionspartner? Also insgesamt CDU und FDP. Das Ergebnis war erwartet worden von uns nach der grandiosen Aufholjagd der letzten Monate, vor allen Dingen durch David McAllister, durch sein Engagement, dass wir ein Ergebnis haben, dass wir gemeinsam stark sind und weiterregieren wollen. Und das sieht ja jetzt so aus, dass es unter Umständen möglich ist. Aber wir müssen abwarten, bis alle Ergebnisse ausgezählt sind. Also alle Wahllokale ausgezählt sind. Und es wird ein spannender Abend. Viele sagen ja, diese Zweitstimmenkampagne ist ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Inwieweit überrascht Sie das, dass das dann doch so hochgegangen ist? Ich habe es sogar erwartet, nach den Gesprächen an den Wahlständen, war immer der Grundtenor, wir wollen David McAllister, wir wollen, dass er in der Regierung bleibt, ihr schafft das, CDU, aber wir müssen dafür sorgen, dass die FDP reinkommt. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen gesagt worden. Und dann kann man die Leute natürlich, die sind frei in ihrem Willen und das haben sehr viele getan. Also für mich ist dieses Ergebnis der FDP ein ganz eindeutiges Signal. Man will schwarz-gelb, man will, dass David McAllister Ministerpräsident bleibt und wollte dort auf Nummer sicher gehen, hat sich viel Sorgen gemacht, haben viele gefragt. Die FDP muss reinkommen und das hat zu diesem sehr guten Ergebnis dort geführt. Im Prinzip ist es ja ein Lehrbeispiel der Mathematik. Es war knapp prognostiziert, jetzt ist es trotzdem knapp geblieben mit anderen Prozentsätzen. Das ist manchmal schon ganz lustig, also wie man das, wie sich so ein Abend entwickeln kann. Es ist wirklich hochspannend, wobei diese Tendenz, dass FDP mit Zweitstimme gewählt wird in großem Maße, war schon im Dezember da. Also ich habe immer wieder gesagt, wir müssen uns keine Sorgen machen, die FDP kommt rein. Wir müssen insgesamt so stark sein, dass wir stärker sind als die anderen. Und ich freue mich sehr, dass die Linke nicht reingekommen ist. Frau Wanker, in diesem Wahlkampf wurde sehr stark auf die Person McAllister Wert gelegt. Weniger kamen die Themen Wissenschaft und Kultur zum Tragen. Meinen Sie, das sind Niedersachsen keine Themen, die gut ziehen? Doch, das sind ganz, ganz wichtige Themen. Und die hat ja unser Ministerpräsident in den Interviews, in den Talksendungen auch immer wieder diskutiert. Wie ist es mit der Schulpolitik? Wie ist es mit der Hochschulpolitik? Das war schon auch ein wichtiges Thema, auch im Bewusstsein der Menschen, vor allen Dingen Bildungspolitik in Gänze. Aber Kultur, sagen wir mal, nicht so sehr richtig? Kultur ist nicht das erste Thema im Wahlkampf. Wir sind aber von Seiten der CDU ganz klar in den Wahlkampf gegangen mit der Aussage, wir sparen nicht an der Kultur, weil es ein wichtiges Feld ist. Und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren auch viel im Bereich der Kultur erreicht, an Sicherheit und an Perspektiven für die nächsten Jahre. Es werden sich zeigen, ob es die nächsten Jahre bleiben unter Ihrer Führung sozusagen in diesem Ressort. Aber was auf jeden Fall wichtig war in diesem Wahlkampf für viele, war das Thema Internet. Viele haben sich nicht nur über den Wahl-O-Mat, sondern auch über die Homepage, über die Homepage Abgeordnetenwatch.de informiert, auch unter anderem über Johanna Wanka. Und ich habe mit Roman Ebner gesprochen. Er ist der Leiter der Kommunalabteilung. Herr Ebner, auf Ihrer Homepage Abgeordnetenwatch.de kann man die Abgeordneten des Landtags und auch die Kandidaten öffentlich um Stellungnahme bitten. Wie ist das in diesem Wahlkampf aufgenommen worden? Wurde viel gefragt und viel geantwortet? Also wir haben in diesem Wahlkampf über 600 Fragen von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Von denen wurden auch über 75 Prozent bislang beantwortet. Theoretisch können die Kandidierenden auch nach der Wahl noch die Fragen beantworten, weil wir auch das zugelassen haben, dass bis zur letzten Minute gefragt werden konnte. Also da haben wir dann sozusagen gesagt, lieber für den Bürger und die Antwort zählt letztlich. Wie sieht es aus mit den Spitzenkandidaten McAllister und Weil? Wie haben sich da die Fragen und die Antworten auf Ihrer Seite dargestellt? Also die beiden Spitzenkandidaten waren natürlich die meistgefragtesten Personen. Herr Weil hat deutlich geführt, er hat inzwischen über 50 Fragen bekommen und David McAllister ist da erst bei 20 Fragen, aber dafür hat er prozentual mehr beantwortet. Hat er auch mehr Zeit? Beantworten die Politiker oder müssen Sie das persönlich beantworten oder können das auch persönliche Referenten machen? Also das können auch persönliche Referenten machen, aber im Normalfall wird es dann von den jeweiligen Kandidaten nochmal überprüft und auch letztlich gezeichnet. Also das ist ja in Ihrer Verantwortung. Gab es da irgendwelche Überraschungen, dass Sie sagen, diese Antwort hätten wir nicht erwartet oder haben alle brav nach Parteiprogramm sich geäußert? Also normalerweise antworten die Kandidaten brav nach Parteiprogramm und in diesem Wahlkampf, der war jetzt nicht außergewöhnlich, dass es da große Überraschungen gegeben hat. Also wenn, dann waren das eher kleinere Kandidaten, die sich dann nicht so ganz nach Parteiprogramm verhalten haben. Wie ist denn das, jetzt gehen wir mal auf die untere Ebene, sagen wir mal Direktkandidaten, was für eine Art Fragen haben die bekommen? Ist das anders als die Fragen, die man dem Spitzenkandidaten stellt? Ja, also die Fragen, die an die einzelnen Direktkandidaten gehen, sind dann oft auch sehr auf den Wahlkreis bezogen. Also dann geht es im Bereich Gaulleben natürlich auch viel um die Atomkraftentlagerung, während das an der Nordsee natürlich nicht so relevant ist. Und da vielleicht dann eher die Fragen zum Thema Windkraft gestellt werden. Wie ist denn die Akzeptanz von dieser Seite bei den Politikern selber? Sie sind ja so ein bisschen fast gezwungen mitzumachen, weil man, wenn man nicht mitmacht, hat keine beantworteten Fragen. Wie stehen die dazu? Also grundsätzlich ist die Akzeptanz sehr groß. Über 90 Prozent der Politiker beantworten wirklich die Fragen auch über die Plattform. Und letztlich ist es ja auch für die Politiker eine Chance. Sie haben dadurch die Möglichkeit, einfach mit den Bürgern zu kommunizieren und ihre persönliche Meinung ins Internet zu bringen und das auf einer Plattform, wo auch noch viel gelesen wird. Warum ist eine Plattform wie Abgeordnetenwatch wichtig für die Landespolitik? Die Plattform ist deshalb wichtig, weil wir ein neutrales Medium sind, wo jede Frage zugelassen wird und letztlich die Öffentlichkeit auch zu Themen hergestellt werden kann, die sonst normalerweise vielleicht im Medienalltag etwas untergehen. Jetzt noch zur Neutralität. Kann man aus den Fragen herauslesen, dass ein bestimmtes Klientel Fragen stellt? Oder würden Sie sagen, die breite Bevölkerung nutzte diese Plattform? Also die breite Bevölkerung nutzt diese Plattform. Das haben wir auch in Nutzerumfragen letztlich immer wieder bestätigt bekommen. Das gibt natürlich Schwerpunkte. Also natürlich die jüngeren Menschen nutzen diese Plattform. Aber wir haben auch gerade bei den Silver Surfern haben wir einen großen Anteil der... Also die über 60, sagen wir mal. Genau, die über 60-Jährigen, die sich mit dem Internet beschäftigt haben und dann diese Plattform auch sehr aktiv nutzen, um noch politisch Einfluss zu nehmen oder sich einfach zu informieren. Herzlichen Dank, Roman Ebener von Abgeordnetenwatch.de. Gerne. Ja, ich habe jetzt hier zu Gast Jörg Bode, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und den Minister für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr herzlich willkommen. Wie viele Fragen haben Sie denn auf Abgeordnetenwatch bekommen und wie viele beantwortet? Also gezielt habe ich die Fragen jetzt nicht. Es müssten eigentlich fast alle beantwortet sein. Ich habe die ernst gemeinten Fragen beantwortet, aber Fragen von Kandidaten anderer Parteien, die nicht ernst gemeint waren, nicht. Und welche waren das so, die Fragen, was für Themen? Es ging sehr viel um Verkehrsthemen. Als Verkehrsminister gibt es dann natürlich Anknüpfungspunkte, die jeden persönlich auch betreffen. Es ging aber auch teilweise um Bundespolitik, also querbeet ganz gemischt. Wir haben im Verlauf unserer Sendung schon Bilder gesehen von Ihrer Partei, von diesem Abend in der Barcelona, in Hannover von der Wahlparty. Dort war eine Stimmung, die platzte aus allen Nähten. Wie bewerten Sie diese Prognosen, die jetzt über die Bildschirme geflimmert sind, mit 9,6 Prozent für Ihre Partei? Nun, die Hochrechnungen freuen uns natürlich sehr. Wir haben vor nicht mal einem halben Jahr oder gut einem halben Jahr CDU und FDP gemeinsam 13 Prozentpunkte hinter Rot-Grün gelegen. Wir waren gemeinsam so stark wie die SPD alleine. Die FDP war mit einem Ergebnis weit weg von den fünf Prozent, die erforderlich sind. Und dann haben wir eine Aufholjagd begonnen. Und die ist gigantisch geendet. Das muss man wirklich sagen. Die Umfragen, die Hochrechnungen sehen uns jetzt knapp vorne. Von daher sage ich danke bei allen Wählern. Natürlich gibt es viele, die strategisch gewählt haben, weil sie es absichern wollten. Erststimme CDU und Zweitstimme FDP. Sie sind ja stellvertretender Ministerpräsident. Klara Weritz hat es gerade gesagt. Wie wollen Sie sozusagen, wenn es für eine knappe schwarz-gelbe Mehrheit reicht, im Niedersächsischen Landtag Ihr Amt fortführen und Ihrem Amt weiter Handschrift geben? Nun, da steht ja erstmal nichts zur Diskussion. Wir haben heute den Tag, wo der Wähler gesprochen hat. Da muss man das Endergebnis abwarten. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus noch eine deutlichere Mehrheit geben wird, weil heute wahrscheinlich die Erststimme den Ausschlag geben wird. Und da sind die Wahlkreise noch gar nicht alle ausgezählt. Sogar die meisten sind noch nicht ausgezählt. Und dann steht zunächst mal natürlich das Inhaltliche der Koalitionsverhandlungen an. Heute ist nicht der Tag, um über Position und Person zu reden. Also Sie sagen, es ist ganz viel strategisches Wählen gewesen. Das geben Sie auch ehrlich zu. Muss die FDP in den nächsten Jahren, wenn sie es schafft, wieder Geringeskoalition zu sein, etwas ändern? Muss sie vielleicht auch nach außen hin mehr zeigen? Nein, ich denke, jeder Wähler wählt natürlich strategisch. Er überlegt sich, was ist für mich persönlich das Beste? Und wie kann ich das tatsächlich erreichen? Und da gibt es bei diesem Wahlkampf eine ganz klare Präferenz. Das ist das Wahlergebnis übrigens zum Ausdruck. Nämlich erfolgreiche Koalitionsarbeit fortsetzen, erfolgreiche Regierungsarbeit fortsetzen. Und da hat man sich überlegt, wie schaffe ich das am besten? Also eine starke FDP und genauso gut eine starke CDU bei den Erststimmen. Und deshalb wird es noch eine deutliche Veränderung bei den Mandatszahlen geben. Ganz kurz noch, wie verbringen Sie den weiteren Wahlabend? Nun, es gibt noch ein paar Interviewanfragen, die ich noch bearbeiten, abarbeiten muss. Und dann hoffe ich auch in die Barcelona gehen zu können, wo unsere Freunde wirklich feiern. Denn es ist ein anstrengender Zeitpunkt, so ein Wahlkampf, so ein Zeitraum mit wahnsinnig vielen Terminen. Und dann fällt natürlich eine Anspannung von allem runter. Und bei so einem Ergebnis kann man sich auch mal einen Abend freuen. Und Sie haben eben gesagt, Sie müssen als Minister morgen schon wieder nach Berlin, also ein straffer Zeitplan. Ich hoffe, der fordert Sie jetzt nicht zu sehr. Und Sie können ein bisschen feiern, weil die Prognose, die da ist, die kann man auf jeden Fall feiern. Ich denke, so weit kann man gehen. Ich sage immer, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Und genauso will ich das persönlich morgen mal halten. Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Von Jörg Bode, von der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik, gehen wir jetzt zur Bildungspolitik. Und das ist in Niedersachsen auch ein Schwerpunktbereich, um den viel gezankt wurde, auch im Wahlkampf. Und wir haben diesen Bereich Bildungspolitik einmal zusammengefasst. Und das hat meine Kollegin Bianca Bindbeutel getan. Schulpolitik ist Ländersache und daher auch ein bedeutendes Wahlkampfthema in Niedersachsen. CDU und FDP verteidigen das gegliederte Schulsystem. SPD, Grüne und Linke wollen den gemeinsamen Unterricht. Dabei gäbe es auch ohne Strukturgerangel Herausforderungen genug. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wirft der Landesregierung vor, mit Tricks die Schulstatistik geschönt zu haben. Die Schülerzahlen seien zwar aufgrund des demografischen Wandels rückläufig, doch die Klassen an Gymnasien und Gesamtschulen seien so groß wie in den letzten 30 Jahren nicht. Da sind Klassen über 30, über 28 heute die Regel. Früher war das nur eine Ausnahme der Fall. Seit diese Regierung dran ist, ist es da deutlich schlechter geworden. Miniklassen gibt es an Hauptschulen, die nicht mehr angewählt werden, an Oberschulen, die nicht akzeptiert werden von den Eltern und an Grundschulen. Im statistischen Wert sieht es an den niedersächsischen Schulen also gar nicht schlecht aus. Doch das nützt den Kindern in den großen Klassen natürlich wenig. Die GEW fordert, dass die Klassenobergrenze an Gymnasien und Gesamtschulen schrittweise auf 25 Schüler reduziert wird. Außerdem verlangt sie, dass zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden. Denn ab dem nächsten Schuljahr sollen auch Kinder mit speziellem Förderbedarf an den Regelschulen unterrichtet werden. Mental sind die Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereitet. Sie erwarten aber, dass das Ministerium die Bedingungen schafft. Also sagt, wie die Klassenfrequenzen bei Inklusion verringert werden. Sagt, wie viele zusätzliche Förderschullehrkräfte dann auch in diese Klassen kommen. Und da hat der Minister seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und darüber ärgern sich unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen. Bei der Inklusion sind sich die Parteien einig. Auch Kinder mit Behinderung sollen in Regelschulen unterrichtet werden. Doch welche Schule zur Regel wird, das ist weiter strittig. Mit der Zusammenlegung von Real- und Hauptschule wollten CDU und FDP eigentlich einen Schulfrieden erreichen. Doch die Oberschule wird von SPD, Grün und Linken abgelehnt. Sie wollen die integrierte Gesamtschule für alle Kinder. Ja, wir haben jetzt zu Gast Walter Meinhold, ein Schwergewicht in der hannoverischen SPD. Und der ist stellvertretender Vorsitzender der Gesamtregion. Hallo Herr Meinhold. Inwieweit hat Sie dieses Ergebnis heute überrascht? Ich denke, wenn wir davon sprechen, dass es knapp wird, das haben wir vorher erwartet, aber dass es jetzt auf diese Art knapp wird, ich denke, das hat keiner erwartet, oder? Also erwartet habe ich das auch nicht. Aber ich bin ein bisschen dahingehend beruhigt, dass das so ein Schwanken ist und sich nicht stabilisiert auf der anderen Seite. Denn das könnte ja auch passieren, dass dauerhaft jedes Mal die Zahl aufleuchtet, die anderen sind diese Nase vor. Und jetzt schwankt das hier hin und her und insofern nicht erwartet. Aber wir müssen eigentlich abwarten, bis die realen Zahlen rauskommen. Inwieweit hängt das auch noch mit den noch nicht ausgezählten Wahlkreisen zusammen? Ich denke, da sind ja viele Sachen auch noch extrem spannend, die wir bisher noch gar nicht wissen. So ist es. Also wir müssen sehen, was aus den Städten kommt. Und wir wissen, dass in den Städten, ich sage mal so, außer Hannover, Braunschweig, Ollenburg, Osnabrück, Göttingen, der Anteil von Wählern für die SPD und Grünen deutlich höher ist als für die beiden anderen Parteien. Und von daher warten wir auf die reale Auszählung und nicht auf die Hochrechnung. Die macht das nur spannend. Trotz allem an der FDP kommen wir nicht vorbei. Viele sagen, die Zweitstimmenkampagne hat gewirkt. Knapp 10 Prozent, 9,6 Prozent. Das hätte man so wahrscheinlich nicht erwartet, oder? Also, dass die FDP gegenüber dem Wahlergebnis von vor fünf Jahren noch zulegt, da hätten schon Wahrsager dabei sein müssen. Nun haben sie die gekriegt, aber eindeutig. Und das freut uns zulassen der CDU. Ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich denke, wir sollten an der Stelle das jetzt bei der Sache belassen. Wir haben genug Einschätzungen gehört. Ja, wir können entscheiden zu Ihren Kollegen sozusagen zu der SPD-Wahlparty. Kann man ja noch nicht so richtig sagen. Wir können es ein Spannungsfeld nennen. Dort sind Sie alle sehr aufmerksam. Vielleicht bleiben Sie einfach bei uns und gucken sich das mit uns gemeinsam an. Genau, wir schauen uns das zusammen an. Das würde ich gerne machen. Ja, man sieht, die Jubelstimmung ist noch nicht ganz. Die Jubelstimmung, sprechen Sie ruhig ins Mikrofon. Ja, da wird noch bedacht und geredet und diskutiert. Gejubelt nicht. Bei der FDP hat man vorhin Jubelergebnisse gesehen. Aber ich glaube, da breitet sich jetzt gerade das erste Tableau auf. Und da wird mit Sicherheit jetzt gleich Geschrei losbrechen. Nein, es wird noch weiter diskutiert, was ja auch richtig ist. Und man kann da mal sagen, die Wahlparty der SPD, die findet im neuen Rathaus von Hannover statt. Und dort wurden in den letzten Jahren immer die Wahlgewinner befeiert. Oh, jetzt steigt die Stimmung. Man hat zwar die Auszählung. Da wird dann deutlich gejubelt, weil die Umfrageergebnisse haben jetzt die Zahl der Prognose entsprochen. Also die SPD hat die Zahlen der Umfragen sogar noch gesockelt und draufgesetzt. Und jetzt wird wahrscheinlich über die FDP heiß diskutiert. So stelle ich mir das vor. Denn das hatten die SPD nicht erwartet, richtig? Ja, und da sind wir auch schon wieder live im Studio. Herr Meinhold, vielen Dank für Ihre Einschätzung eben. Und danke, dass Sie sich auch noch den kleinen Film mit uns angeguckt hatten, den wir kommentieren mussten. Aber so ist das an einem Live-Abend. Da muss man ein bisschen improvisieren. Vielen Dank. Danke, das ist sehr nett. Ein Thema, wo die SPD eher von den Grünen hergetrieben wurde, ist ja bekanntermaßen die Umweltpolitik. Denn viele der SPD haben dieses Ressort schlichtweg abgegeben an die Grünen. Und so fehlte dieses Thema ziemlich. Doch es sind nicht nur die Grünen als Partei, sondern viele Netzwerke, die sich zuteil in Niedersachsen über die Zustände auf vielen Bauernhöfen und Agrarfabriken sehr ärgern. Unter anderem ist es das Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Und ich sprach mit Michael Hedver von diesem Verband. Herr Hedver, Sie sind vom Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Warum ist das gerade hier in Niedersachsen ein wichtiges Thema? Wir haben hier im sogenannten Agrarland Nummer 1 Niedersachsen derartig viel Massentierhaltungsanlagen, dass sich gerade in Niedersachsen ganz viele Bürgerinitiativen gebildet haben, die gegen diese Massentierhaltung eintreten und dagegen ankämpfen. Wir sind heute mittlerweile in unserem Landesnetzwerk Niedersachsen Bauernhöfe statt Agrarfabriken mehr als 120 Bürgerinitiativen, Verbändeinitiativen mit weit über 250.000 Mitgliedern und Unterstützern, die gegen diese Massentierhaltung und gegen diese verdrehte und verkehrte Agrarpolitik ankämpfen. Das sind ja richtig viele Menschen, die dagegen sind. Wie erklären Sie sich, dass dennoch außer den Grünen so richtig keiner das Thema auf dem Wahlkampfplakat zum Beispiel hat? Es ist richtig, dass Bündnis 90 die Grünen sich von Anfang an unseren Positionen im Prinzip deckungsgleich angenähert haben. Das sehen wir auch sehr positiv. Wir sind als Landesnetzwerk und als Bürgerinitiativen schon parteipolitisch neutral, aber wir sind keinesfalls unpolitisch. Insofern nutzen wir natürlich auch unsere Power, unsere Macht, auf politische Parteien einzuwirken. Und ich muss sagen, mit Genugtuung habe ich gerade in den letzten Tagen ein Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion zur Kenntnis bekommen, die sich auch unseren Positionen sehr, sehr deutlich annähern und sagen, Massentierhaltung muss Einhalt geboten werden. Hier muss etwas deutlich und zwar ganz schnell auch geändert werden. Und man muss diese Agrarindustrie permanent jetzt auch eine Sperre einbauen, dass nicht weiter auch unsere Steuergelder dort einfach versickern. Warum, wenn die Bundes-SPD es zum Beispiel tut, warum scheuen sich die Parteien wie SPD und CDU so ein bisschen vor dem Thema? Es ist natürlich ein unangenehmes Thema bei der CDU nach meiner Beobachtung, die sich seit 60 Jahren Schulter an Schulter mit den konventionellen Landwirten befinden. Sie kommen, glaube ich, aus dieser Umklammerung des Landvolks Niedersachsen nicht heraus. Das ist also mein persönlicher, subjektiver Eindruck. Und ich sage, wir haben zu viele Verflechtungen zwischen der Agrarindustrie, dem konventionellen Teil des Bauernverbandes, also dem Landvolk Niedersachsen und Teilen der Politik und auch der Verwaltung. Diese Verflechtungen wollen wir auch als Bürgerinitiativen aufdecken und ausmerzen. Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, dass uns derartig viel Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dass wir sagen, das kann nicht so gehen. Und das hat viele Leute, so auch mich, dazu gebracht, aus ihren bequemen Sofas aufzustehen und zu sagen, wir wollen diese Agrarpolitik in dieser Form nicht mehr weitermachen. Wir müssen eine ganz strikte Änderung erreichen. Jetzt am Schluss noch, Herr Hälter. Was denken Sie, je nach Wahlausgang, was wird passieren nach dieser Wahl mit diesem Thema? Wenn wir hier in Niedersachsen bei der bisherigen Landesregierung, also schwarz-gelb, bleiben, erwarte ich mir im Prinzip keine großen Änderungen. Herr Lindemann hat zwar seinen sogenannten Tierschutzplan veröffentlicht, das hat er sicherlich auch gemacht, weil wir so viel massiven Druck ausgeübt haben. Aber für mich sind das Nebelkerzen. Ich erwarte also eher von einem politischen Wechsel hier in Niedersachsen auch eine deutliche Veränderung in der Agrarpolitik und natürlich in Sachen Massentierhaltung. Allerdings, und das muss man dazu sagen, die Gesetze zum Thema Massentierhaltung werden in Berlin, also auf Bundesebene gemacht. Insofern müssen wir hier noch bis zum September diesen Jahres warten und hoffen, dass sich dort auch etwas tut. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren deutliche Änderungen zum Thema Massentierstelle haben werden und auch in der Agrarpolitik. Danke, Herr Hälter von Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Gerne. Tja, ein spannender Wahlabend hier live aus dem Niedersächsischen Landtag in Hannover. Es gibt immer noch keine ausgezählten Wahlkreise. Das ist etwas überraschend. Die Ergebnisse sollten so langsam eintrudeln. Es gibt bisher noch keine. Die Städte sind auch noch nicht ausgezählt. Deswegen, da ist sehr viel Kaffeesatzleserei im Moment dabei. Aber diese Zeit, die nutzen wir. Und da gucken wir auf unseren Spitzenkandidaten der SPD, der hier aus Hannover kommt. Und das ist unser Oberbürgermeister, unser Amtierner. Das ist Stefan Weil. Und da gibt es einen Journalisten in der Stadt, Michael Krische. Der begleitet ihn seit 30 Jahren. Also man könnte sich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man sagt, dieser Mensch kennt den anderen. Und der hat einmal erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert, was so die Tops und Flops von Oberbürgermeister Stefan Weil waren. Also er ist sehr gerne Oberbürgermeister gewesen und er ist es auch heute noch. Aber er war in dieser Hinsicht nach meiner Einschätzung Parteisoldat. Er hat lange gezögert, er hat sehr lange gezögert, bevor er sich entschlossen hat, auf diesen Ruf, der an ihn herangetragen wurde aus der Partei, als Ministerpräsident zu kandidieren, weil er wirklich gerne Oberbürgermeister war. Und er hat sich dann schließlich dazu entschlossen, weil er sich auch überzeugen ließ, dass es wohl nur mit ihm gelingen könnte, die Mehrheitsverhältnisse im Lande zugunsten von, das ist ja die Konstellation, die im Raum steht, Rot-Grün unter seiner Führung abzulösen. Fast 40 Jahre lang hat Michael Krisch über die Vorgänge im neuen Rathaus berichtet. Als junger Journalist der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und später als Redakteur der Neuen Presse schrieb er über Kommunalpolitik. Stefan Weil lernte er 1984 kennen, als dieser zum Vorsitzenden der Jusos gewählt wurde. Seitdem hat er den Werdegang der Sozialdemokraten genau verfolgt. Es gehörte sicherlich eine Menge Standfestigkeit und Zähigkeit dazu, die Ansiedlung des Tierforschungslabors der Firma Böhringer in Kirchrode durchzusetzen. Dagegen gab es heftige Widerstände, gerade auch insbesondere in dem Stadtteil, in dem er sogar selber wohnt. Da ist ihm auch schon mal das Haus beschmiert worden, wenn ich mich recht erinnere. Er hat das hingekriegt und inzwischen steht dieses Labor. Und er kann es als Erfolg für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Hannover für sich verbuchen. Wissenschaft und Bildung, wohl die Schlüsselthemen für Stefan Weil. Als Oberbürgermeister setzte er sich stets für eine bessere Zusammenarbeit der Universitäten, den Ausbau der Kita-Plätze und die Bildung von Gesamtschulen ein. Auch wenn dies zu Konflikten mit der niedersächsischen Landesregierung führte. Es ist ihm in Hannover sehr schnell gelungen, den Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad fast von Herbert Schmalstieg zu erreichen. Das liegt auch daran, weil er in zahlreichen persönlichen Auftritten, bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten, es ist ihm gelungen, es sehr souverän aufzutreten. Und egal zu wem er sprach, ob zu Wissenschaftlern, Wirtschaftsbossen oder auch zu Arbeitern, immer die richtige Tonlage zu finden. Er hat dann auch immer frei gesprochen und ich habe hinterher viele Menschen getroffen, die immer gesagt haben, das macht er gut. In einem Flächenland wie Niedersachsen so bekannt zu werden, ist nicht leicht. Ob es Stefan Weil gelungen ist, auch außerhalb von Hannover genügend Niedersachsen von sich zu überzeugen, wird sich nun herausstellen. Für den Journalisten Michael Krischer aber ist klar, Stefan Weils Nachfolger im neuen Rathaus hat noch viele Aufgaben zu erledigen. Da wäre die Revitalisierung des IME-Zentrums, die Fortführung des Stadtprojekts 2020 und die Sanierung der öffentlichen Finanzen. Ja, es ist kurz vor acht und wir haben immer noch keine neuen Hochrechnungen, die sozusagen ein Ergebnis bringen, auf das wir uns verlassen können. Wir müssen weiterhin raten und hoffen und bibbern. Das tun jedenfalls die meisten Parteien. Wir kommen jetzt zu einem Thema, wo Herr Bode zwar sagt, da hätte er auf Abgeordnetenwatch viele Fragen zu bekommen, doch im wirklichen Wahlkampf hat das Thema keine Rolle gespielt. Es geht um das Thema Verkehrspolitik und Peter Ernsting hat für uns die wichtigsten Fakten noch einmal in einem kleinen Beitrag zusammengefasst. Ein Thema, das bei Wahlen eher etwas stiefmütterlich behandelt wird, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Was steht in den Parteiprogrammen zum Thema Verkehrsentwicklung? Die CDU hat die A20, die sogenannte Küstenautobahn von Jaderberg bei Oldenburg bis Trochtersen in Schleswig-Holstein, als einen Hauptpunkt im Programm. Der Mittellandkanal soll ausgebaut werden. Die SPD will ebenfalls die A20 bauen und auch die A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg. Das Schiffshebewerk in Scharnabek soll ausgebaut werden. Das Nadelöhr auf dem Elbe-Seitenkanal. Die Grünen stellen den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in den Vordergrund und wollen Steuermittel aus dem Straßenbau umschichten. Weitere Umschichtungen sollen dem Schienenausbau für den sogenannten Hafen-Hinterland-Ausbau dienen. Die Linke möchte einen einheitlichen Tarif für ganz Niedersachsen im ÖPNV installieren und fordert die Anbindung aller Gemeinden an die Verkehrsverbünde. Die FDP wird beim Ausbau des Autobahnnetzes konkret. Der Rest ihres Programmes ist das eher nicht. Die Piraten haben als einzigen konkreten Punkt ein Pilotprojekt zum fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr. Aussagen zur Verkehrsinfrastruktur? Fehlanzeige. Nach der Wahl wissen wir vielleicht, wo die Reise hingeht. Ja, das war Peter Ernsting über die Verkehrspolitik, die aktuelle und die zukünftige. Wer unsere Sendung bis jetzt aufmerksam verfolgt hat, der weiß, einer hat bis jetzt gefehlt und das ist der amtierende noch oder wieder amtierende Ministerpräsident David McAllister. Wir waren natürlich unterwegs und haben auch ihn getroffen. Gejubelt wurde vielleicht nicht so richtig, denn die Aufregung ist groß und es war ein großer Rummel um diesen Mann. Alles drängelt sich, alles rangelt sich um den aktuellen Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Ob er es bleibt, das wird der Wahlabend zeigen. Ja, da wird er wirklich umringt und Mikrofone ihm entgegengereckt. Das Siegerlächel wird dann nicht umgesetzt, denn er weiß, dass noch Zeit ist. Es ist ein spannendes Finale geworden, es ist ein Koffer und Koffer und am Ende werden die einen oder die anderen die Nase vorn haben. Eins warten, dann einfach mal ab. Wann glaubt ihr, wird es klar sein? Wenn ich das wüsste, lieber früher als später, aber das kann noch lange dauern. Bei den ganzen Berechnungen der Überhang- und Ausgleichsmandate, wer weiß das? Aber du brückst mich immer mehr, oder? Das ist so gut gelaufen. Wenn ich mir vorstelle, dass wir vor wenigen Wochen weit abgeschlagen hinter Rot-Grün lagen, was wir für eine Auffolgeamt hinbekommen haben, wie die Partei sich engagiert hat in den letzten Wochen und Monaten, das ist absolut vorbildlich, was wir noch nie erleben. Und deshalb, wir sind auf jeden Fall klar, die Nummer eins in Niedersachsen ist, und wir sehen, wie es weitergeht. McAllister erwartet noch eine lange Nacht. Ja, und wie diese lange Nacht ausgehen wird, das ist völlig offen. Ja, es bleibt spannend bis zum Schluss. Und spannend war es vor allem dieses Jahr, weil die kleinen Parteien sich unglaublich verändert haben und teilweise es nicht geschafft haben, wie die Linke oder wie die FDP unmögliche Chancen haben, nun vielleicht doch wieder in der Koalition zu sein. Wir haben uns diese kleinen Parteien, die manchmal das Zünglein an der Waage sind, detailliert angeschaut. Noch vor einem Jahr rechneten Wahlforscher mit sechs Parteien im Neuen Landtag. Jetzt aber sieht es danach aus, dass Linke und Piraten es wohl nicht schaffen. Am Vorabend der Wahl blickt alles auf die FDP. Seit Monaten schon abgeschrieben, kratzt sie an den 5 Prozent. Schafft sie die Hürde, könnte es für eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb reichen. Stefan Birkner, Vorsitzender der FDP Niedersachsen, blickt dennoch siegessicher auf die Landtagswahl 2013. Sowohl NRW als auch in Schleswig-Holstein ist es gelungen, von so einer Ausgangssituation, wie wir sie jetzt auch haben, dann den entscheidenden Schritt in den letzten zwei, drei Wochen zu tun. Und genauso werden wir das auch in Niedersachsen schaffen, sodass es am Ende nicht um den Wiedereinzug geht. Der steht meines Erachtens fest, sondern um die Frage, wird es gelingen, mit Schwarz-Gelb und mit David McAllister weiter zu regieren. Die Grünen als die stärkste der kleineren Parteien freuen sich über Spitzenwerte. Erstmals scheinen sie ein zweistelliges Ergebnis einzufahren. Ihr Abschneiden wird entscheidend sein, ob es für Rot-Grün reicht. Maret Westfeli ist Landtagswahlkandidatin für Hannover Mitte und nennt einige Gründe für den Erfolg. Das ist zum einen sicherlich zu erklären gewesen, das sehr, sehr gute Ergebnis zur Kommunalwahl 2011 vor dem Hintergrund von Fukushima und der Tatsache, dass den Grünen eine hohe Kompetenz in Umweltfragen und der Energiepolitik zugewiesen wird und das Vertrauen sehr groß ist, dass wir da die richtigen Antworten finden. Um das Vertrauen der Bevölkerung muss auch die Linke kämpfen. Der Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag stellt für die Partei eine große Herausforderung dar. Mit derselben Prozentzahl geht es für die Piraten in Niedersachsen nicht um den Wieder-, sondern den Ersteinzug in den Landtag. Nach den diesjährigen Erfolgen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ging die Piratenpartei zuversichtlich in den Wahlkampf. Doch die internen Parteiquerelen und Streitereien um die Landesliste haben den Höhenflug gestoppt. Ilva Mayer ist Direktkandidatin für den Wahlkreis Basinghausen und möchte den Bürgern mehr Einblick in die Politik gewähren. Ich denke, wir treffen mit dem, was wir machen, einfach einen Nerv im Moment. Gerade die Geschichte mit mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung, die unsere zentralen Anliegen sind, sind einfach Sachen, die der Bevölkerung gerade sie am Herzen liegen. Und deshalb sind wir auch gerade im Moment recht erfolgreich damit. Doch was wünschen sich die Wähler? Ja, wenn man nach den Prognosen der ARD-Kollegen geht, dann haben es die Piraten, die wir gerade noch gesehen haben, nicht in den Niedersächsischen Landtag geschafft. Und wir sind am Ende unserer Sendung angelangt und da wollen wir nochmal auf die Zahlen gucken, die uns vorliegen. Und da baut sich jetzt hinter mir die Grafik auf. Und da kommt die CDU auf 36,3 Prozent, die SPD auf 32,5 Prozent, die FDP bleibt stabil bei 9,8 Prozent, Grüne leicht erhöht von 13,3 auf 13,6 Prozent, Die Linke bleibt bei 3,3 Prozent, Die Piraten auch stabil unter der 5-Prozent-Hürde bei 1,9 Prozent und die sonstigen anderen Parteien sind auf 2,5 Prozent von 2,9 zurückgegangen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die großen Städte noch nicht ausgezählt sind und da kann es noch einiges hin und her geben. Dieser Wahlabend, der bleibt spannend. Und um weiter zu verfolgen, wie sie diesen Wahlabend, wie dieser Wahlabend ausgeht, müssen wir sie auf die Kollegen vertrösten und sagen Tschüss in die Sender TV 38, in den Großraum Wolfsburg-Braunschweig-Salzgitter und O1 Oldenburg. Wer noch weiter hören möchte, der kann das gerne bei unseren Kollegen von Leineherz 106.5. Dies noch bis 21 Uhr. Sie berichten hier live auch weiter und dort erfahren Sie die aktuellsten Zahlen. Wir müssen an dieser Stelle Tschüss sagen. Sie können unsere Sendung auch noch gerne unter www.h-1.tv slash siehabendiewahl.de nachsehen. Und wir haben uns gefreut, für Sie hier berichten zu dürfen, live aus dem Landtag für die niedersächsischen Bürgermedien und sagen damit Tschüss und bis bald. Auf Wiedersehen. Und wir haben uns gefreut, für Sie hier berichten.